Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Corner. Ihr habt es euch tatsächlich gewünscht? Ne, glaube ich nicht. Doch, du warst wirklich gewünscht. Okay. Okay, von weniger Leuten als von den anderen Sachen. Du warst auch unter anderem von ein paar gewünscht. Und zwar haben wir Felix am Start. Philo. Ja, na und? Na und? Hast recht. Felix, grüß dich. Hallo, hallo. Ja, wie viel spät haben wir es? Wir haben es 12.55 Uhr. Oh, wir wollten eigentlich früher anfangen, ne? Ja. Was passiert, Felix? Weiß ich nicht. Das war ein spöttlich Such hier. Wir wollen einen Spot finden hier in Köln. Wir haben einen Spot gesearcht. Wir sind gerade im wunderbaren Losepark im Kölner Norden. Es ist fantastisches Wetter. J-lose Flächen. Wir können es nicht beschweren eigentlich, ne? Nö, es ist angenehm, kühl. Vielleicht so in den letzten Tagen die Kinder spielen. Die Kinder ballen. Und machen Sport. Ja, was gut ist. Naja. So, worum fangen wir an, Felix? Na, vielleicht erstmal mit, ich bin vor einer Stunde erst aufgewacht. Deswegen geht es mir dementsprechend. Wer ist heute Nacht? Aber ansonsten geht es uns geil, glaube ich, oder? Also, ich komme gerade frisch aus einem Sabaton. Ich habe zwei Wochen am Stück gestreamt. Und, ähm, ja. Wie war das? Das war der erste Sabaton, den du so in der Form gemacht hast? Nee, ja, ja. Also, ich habe schon mal einen gemacht letztes Jahr. Aber da hat sich einfach keiner gejuckt. Nö, das war wasted. Da habe ich auch ausgemacht. Da habe ich kein Bock mehr gehabt. Fühlig. Aber jetzt habe ich durchgebrannt. Stimmt, an den erinnere ich mich. Ja, ja. Aber hat Mike da nicht auch einen gemacht sogar? Kann sein sogar. Ja, ja, zeitgleich haben wir das gemacht damals. Das war im September, glaube ich. Ja, ja. Und dann hat die beiden irgendwann die Schnauze voll. Ja. Aber Mike hat da, Mike hat da ja gar nichts gemacht in dem Sinne, weil Mike hat ja jetzt schon einen Tag gar nicht gepennt. Ja. Im Stream. Ja. Der hat es halt immer ausgemacht und ist immer in sein Bettchen gekrochen. Digga, Koko war es für mich der geilste bei Sabaton. Hast du so Koko Sabaton gesehen? Nee, aber der macht... Der geht so saufen. Ja. Und lässt so einfach acht Stunden im Stream laufen, während er saufen ist. Das ist halt auch scheiße, finde ich. Der Typ ist der geilste krank. Das ist halt no reason. Da wundere ich mich. Guck mal, dann ist es halt easy, dass der einen Monat schafft, weißt du? Ja, ja. Der Koko ist geil. Das ist keine Challenge dann. Aber es ist trotzdem schon challenging, weil bei Stegi ja auch. Stegi ist jetzt, glaube ich, den dritten Monat am Stück live. Ja. Aber er zeigt sich erstens nicht so. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil. Es ist ein großer Vorteil. Plus, es fällt legit manchen gar nicht auf, wenn ein Video läuft von Stegi. Wirklich? Ja, es fällt wirklich auf. Ich war ja, ich war Stegi besuchen. Ja. Vor zwei Monaten. Also ich glaube, da war er anderthalb Monate in oder so. Da haben wir Philo versus Sabix gedreht. Dann bin ich zu ihm gefahren. Und da war er auch im Sabaton. Und ich dachte so, was hast du jetzt im Stream gesagt? Nee, da läuft ein Video. Die merken das nicht. Das ist richtig geil. Und dann läuft halt irgendein altes Video von ihm. Und das checken die ja nicht, weil es ist der gleiche Bildausschnitt. Stegi sieht ja auch gleich aus als Charakter. In seinem VTuber-Ding da. Er ist ein VTuber. Comic-Tune oder Comic-Tuber oder so. Ja, er ist ein VTuber. Nee, der ist ja richtig. Aber ja, aber ich glaube, das ist halt weniger problematisch. Weil er kann einfach pennen gehen, ausschlafen und so. Und es zieht halt nicht allzu viele Viewer dann. Würdest du es nochmal machen, so in der Form? So wie jetzt, glaube ich, nicht. Ja. So richtig durchgeplant und dann eine knackige Woche. In einer anderen Struktur vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Dann auf jeden Fall. Aber so geldtechnisch ist schon krass. Ja, safe, oder? Ja. Also lohnt sich. Hat sich auch für Mike jetzt voll gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Warum seid ihr nicht zu Seven World of Wild, Alter? Wir wurden nicht eingeladen. Habt ihr euch beworben? Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Nee. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde, also, die, guck mal, ich bin so dieser bisschen moralische Guy, weißt du? Ja, ja. Aber es fällt mir langsam auch ein bisschen auf den Kopf, weil es mich nervt. Ja. So, aber, so, das ist halt gesponsed von Waifuut, die ganze Staffel. Die auch? Ja. Oder haben die einfach immer noch einen Vertrag und kommen nicht raus? Das kann auch sein, aber so auf jeden Fall, in den Trailern war ich jetzt die ganze Zeit immer drinne. Hm. Ähm, von Waifuut so, ich finde, na, Waifuut ist halt so eine Sache für sich, wer sich damit auseinandersetzt, Frank Thelen, äh, so, I don't know. Hat der, stimmt, der hat damals rein investiert, oder? Ja, ja, der ist drinne. Ja, und, äh, halt Nestle. Und Nestle halt, genau. Ich hab mir die Hälfte gekauft. Ja, das Ding ist, Nestle, das Ding ist, bei mir ist es so, mein moralischer Kompass ist ein bisschen wild. Ja, das weiß ich. Weil ich würde zum Beispiel ein Nestle-Produkt kaufen, wenn es vegan ist, falls es Sinn macht. Es ist eigentlich nicht so, aber mir ist es halt irgendwie, weil angenommen, es gibt so ein richtig geiles veganes Ersatzprodukt, und es ist halt von Nestle. Und initial merkt man das nicht, dann würde ich das halt kaufen. Also mir ist da irgendwie wichtiger, dass dieses, also... Aber du würdest keine Werbung für Nestle machen? Auf gar keinen Fall. Ich würde das auch legit, wenn man das ersetzen kann, würde ich es auch anders machen. Aber zum Beispiel, Digga, wenn ich irgendwas Veganes bestelle, und dann schreibt einer, das Patty ist von Nestle, denke ich mir so, ja gut, okay, was soll ich jetzt machen? Du meinst jetzt beispielsweise dead corny, wie jetzt so manche, manche Creator so auf TikTok sich verkaufen für Wagner-Stein-Ofen-Pizza. Ja, das ist halt krass. Aber die meisten schnallen halt nicht, dass es Nestle ist, oder irgendwie Maggi-Placement. Ja, ja, also Werbung machen dafür auf gar keinen Fall, also so auf gar keinen Fall. Aber wenn jetzt so privat irgendwie ein veganes Produkt ist, was grundsätzlich erstmal gut ist, dann eit, I guess. Was wäre für dich Traum-Werbepartner? Traum-Werbepartner? Legit True Fruits. Guck mal, bei True Fruits habe ich so den Take drauf. True Fruits hat ja auch schon ein paar Shitstorms gehabt, ne? Ja. Aber ich muss sagen, marketingmäßig sind das verfickte Genies. Genies und vor allem, ich check das, also das, mit dem AfD-Wahlprogramm fand ich auch nicht geil. Natürlich nicht. Das wäre richtig geil gewesen, hätten die einfach alles abgedruckt außer AfD und da würde nur Scheiße stehen so. Ja. Aber auf der anderen Seite steht ja halt auch da wirklich das Wahlprogramm da. Ja. Das heißt, die Leute können das ja lesen. Eben. So, ich weiß nicht. Es ist trotzdem eine Plattform geben, aber zum Beispiel dieses mit den, keine Flaschen aus dem Ausland oder braun kommt nicht über die Grenze, das klingt erstmal ziemlich hart und so, aber es war halt eine Kampagne gegen die Politik von Österreich, also gegen die Schließung der Grenzen von Österreich. I don't know. Aber was man halt sagen muss bei True Fruits, die haben es halt geschafft, Saft viel zu teuer zu verkaufen. Ja, aber geil auch. Aber gut. Bruder, ich habe, du warst ja schon, bist ja schon oft immer bei mir, ich habe von True Fruits diese Glasflaschen, ich bin so ein Typ und ich glaube, das machen auch viele die Tach bei dir eigentlich. Ja, ja. So voll viele Leute schmeißen sowas halt auch nicht weg, diese Glasflaschen. Die stellen da Blumen rein oder so und da haben die auch wieder einen richtigen Cash Grab gemacht, die haben nämlich die Upcycling-Linie. Das sind so Edelstahlsachen, Aufsätze, einfach für die ganzen Flaschen und ich habe mir alles gekauft, Digga. Ja, ich habe einmal gesehen, dass es was mit so Aschenbecher gibt. Ja, den habe ich auch gezogen. Digga, ultra geil. Aschenbecher, Seifenspender, Wassersprüher und das Ding ist, es gibt ja auch voll viele Special Editions, ich liebe einfach diese Marke. Es gibt so Special Editions, Rin hatte zum Beispiel ein Placement mit dem. Ja, mit Dubuff, ne? Genau, Dubuff und da ist halt das I oder das L, nee, das I ist eine Zigarette auf dem, auf der Fabrik. Digga, ultra gut. Und da habe ich dann einfach den Aschenbecher draus gemacht. Also ich rauche nicht, aber wenn du zum Beispiel da bist, dann Aschenbecher und dieses Sprüher, da gab es damals auch einen Shitstorm, da gab es nämlich eine Flasche, die hieß Sun Creamy und, also Sun Creamy, ne? Und die... Sun Creamy, ja. Also Sun Creamy, das sieht auch aus wie eine Sonnencreme-Flasche. Ja. Und da mache ich halt Sonnencreme rein mit so einem Sprüher. Ist halt geil. Aber da gab es... Aber es war eigentlich ursprünglich Sonnencreme. Da drinnen? Ja. Nee, ein Smoothie halt. Ach so, Leute. Ich glaube Maracuja oder sowas war das sogar. Okay, okay. Und, aber das Marketing-Bild oder der Post war einfach legit eine Frau, die eine, also die hat halt so ein Bikini an, man sieht nur den Arsch und da ist so eine Sonne drauf gemalt mit Sonnencreme. Und dann steht da halt Sun Creamy. Oh mein Gott. Aber ich finde das Arsch witzig, Bro. Ja. Ja, das kann... Ich glaube, beim Marketing ist immer so diese Sache zwischen Schock und ein bisschen am Skandalösen lang, aber es ist halt genau richtig für das, was sie eigentlich vermitteln wollen und verkaufen wollen. Und deswegen True Fruits, egal wie viele Shitstorms die schon hatten, ey, ich glaube auch ehrlich, die sind eigentlich ziemlich progressiv und woke drauf so. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber das, was die machen, kannst du mir nicht erzählen, die machen das alles mit voller Absolut. Die wissen auch ganz genau, da kommt Shitstorm. Weil jeder redet dann über die fucking True Fruits und die halten sich wie Sau. Ich folge auch dem Marketing-Guy auf Insta und der postet auch wilde Sachen immer. Das ist ganz geil. Der ist schon ein cooler Charakter. Aber ja, also True Fruits auf jeden Fall oder so Schuhe oder Sony, also halt einfach so die Sachen auch, die ich benutze. Ach so, so Mikrofone-Schuhe. Schuhe, ja. Oder halt so Kameras. Keine Ahnung. Ich überlege da gerade mal. So eine Red Bull bin ich auch sehr zufrieden mit. Ja. Aber ich glaube so... Guck mal, das war ja schon ein mega, mega Sprung für mich. Ja, ja, auf jeden Fall. Guck mal, das ist ja fast schon, da können wir ja fast schon die Geschichte einhaken. Wo, was quasi für dich ein großes Sprungbrett war, in die Streaming-Szene auch nochmal rein. Ja. Mit Red Bull damals. Ja. So, da warst du bei dem Event mit dabei, Red Bull Zockt 100. Ja. Da war ja so ein Wettbewerb. Olivia und du waren da angemeldet. Das Witzige ist, ich kannte euch beide schon vorher und ihr habt beide am Ende gewonnen. Du kanntest Olli sogar schon länger als mich, ne? Ich kenne Olli schon seit 2017 oder 2018. Ja, Gamescom oder sowas, ne? Oder irgendwie. Ne, TwitchCon damals. Oder TwitchCon, ja. Oder TwitchCon? Ne, TwitchCon haben wir uns das erste Mal gesehen. Ja. Aber kennen tun wir uns, glaube ich, seit 18. Also ultra lange schon mittlerweile. Du hast jetzt schon fünf Jahre. Aber wir kennen uns jetzt auch schon eine Weile. Ja. Guck mal, wenn du dir mal überlegst, wie schnell die Zeit schon wieder verlaufen ist. Das ist krass. Vor allem, ne? In der Schulzeit oder so, merkt man da so Zeit gar nicht eigentlich. Ja. Und ich so, okay, jetzt sechste Klasse, zehnte Klasse, okay. Elfte, zwölfte, merkt man gar nicht, finde ich. Und dann so, aber was in dieser ganzen Zeit passiert. Also selbst vor zwei Jahren war ich ja noch in Spandau. Ja, eben. Zwei Jahre sind ja gar nichts. Ich bin ja jetzt schon fast zwei Jahre in Köln. Eher, ich war vor anderthalb Jahren, war ich noch in Stuttgart. Das ist krank, ne? Aber es sind schon anderthalb Jahre wieder, weißt du? Das denke ich mir immer, wie geil wäre das, wenn man so sein Leben als Timeline hätte. Ja, voll. Und man könnte so ein bisschen skippen. Oh, das wäre geil. Und so einen Schnitt oder so, das wäre schon ganz geil. Woher würde ich die Phase skippen, wo ich broke bin? Du bist scheiße reich, Henkel. Mach dich gleich ehrlich. Ey, hör auf. Ich bin nicht scheiße reich. Nee, aber Anfang, ich glaube, wo dich die meisten mitbekommen haben, war durch das ReefDog-Ding, oder? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, als Streamer wahrgenommen. Also ja, als Streamer wahrgenommen. Ja, aber damals initial auf jeden Fall, ja. Aber ich glaube so, das erste Mal aufgetaucht bist du quasi über das ReefDog-Ding. Ja. So, was rockst du heute? Ja, ja. Wie kam es dazu, dass du so TikTok so reingegrandet hast? Damals mit Daniel. Ja. Ja. Mit Zid. Also legit, ich wollte mit Zid von Ice Age. Ich wollte schon immer streamen oder beziehungsweise einfach ein Living machen von so Social-Media-Sachen, so Videos machen. Ich habe ganz früher einfach Meme-Videos aus Overwatch gemacht oder von Overwatch, von der Overwatch-League. Die waren sogar gut geklickt. Die waren echt gut geklickt, die kamen so auf Reddit und das war einmal, ich bin, das war, ich glaube das war 11. Klasse, da bin ich, ja das war 11. Klasse, ziemlich sicher, ja. Da bin ich, da habe ich immer nach Hause gegangen, habe alles in die Ecke geschmissen, habe einfach nur Overwatch gezockt und PUBG und so und habe Fitz ganz viel geguckt, dem YouTuber damals und ich fand das so geil, dass die halt einfach so diesen Edgy-Humor haben und einfach die sind halt Freunde, die spielen und die machen lustige Sachen immer und ich habe so, ja gut, ich will das mit meiner Freundesgruppe auch machen, weil wir machen das auch auf Deutsch halt und die hatten aber da gar keinen Bock drauf und ich wollte aber irgendwas machen und zwar jetzt sofort. Ich wollte jetzt sofort was machen und dann habe ich mir Premiere gezogen mit der 30-Tage-Test-Version und habe natürlich nicht gecrackt und die DLLs ausgetaucht und dann habe ich einfach, zu dem Zeitpunkt lief auch Overwatch League und ich habe mir einfach alle Clips runtergeladen und habe dann einfach aus der Overwatch League ein Video, ein Meme-Video gemacht mit so Meme-Musik. Ich sage dir ehrlich, Overwatch League war so der erste und einzige E-Sports, den ich geahnt habe. Ja, ich habe den gar nicht so geahnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es wurde dann immer lame und auch immer komischer, weil die so komische Restriktionen gegeben haben, als exklusiv auch noch Overwatch League gespielt hat. Ja, ja. So, die haben die ganze Zeit nur gebannt für irgendwelche Sachen. Das ist so geil. So, die wurden auch immer gefeind, die Jungs und so, aber die haben voll viel verdient, glaube ich. Ja, ich glaube, na, ich glaube gar nicht mal so viel, aber ja. Was ich halt, was ich krass fand, ist zum Beispiel Mooma, da gab es ja, deswegen wurde ja exklusiv damals gebannt, der Spieler Mooma ist halt homosexuell und dann irgendwie haben die sich angebieft, weil der gewonnen hat oder so, also Mooma hat gewonnen und dann hat exklusiv gesagt, ja, suck a fucking cock. Und dann hat der so, fuck, was habe ich gerade gesagt, ne, da wurde der halt erstmal gecancelt dafür so bedingt oder ausgeschmissen aus der Overwatch League. Ja, also ich glaube, er wurde gebannt. Ja, ja. Und das Ding ist, Mooma hat ja damals viel mehr Zuspruch bekommen als XQC. Ja. Und Mooma streamt auch noch und der streamt so mit 40 Viewern. For real. Overwatch League professionell und ich denke mir so, bro, wie kann das sein, weil damals war XQC ja noch gar nicht big. Ja. Ich meine, klar, Kontakt unterscheidet sich. Es ist jetzt niemand, der, niemand hat das Recht auf Viewer, weil es das so macht. Ja, natürlich, klar. Aber, äh, ja, fand ich irgendwie krass. Hey, wie dem auch sei, wie dem auch sei, ich hab dann auf jeden Fall Overwatch-Memius gemacht und ich bin halt schlafen gegangen und YouTube war damals so für mich, ja, wird halt niemals klappen, ich werde niemals tausend Abonnenten haben, so, weißt du? War so, war so krass bei dir. Ja, ich konnte gar nicht nachempfinden, wie sich das so anfühlt, dass Leute da raufklicken, mit was denn, wie entdecken die mich? Und dann hab ich Overwatch League gemacht und hab das einfach auf YouTube gepostet und bin schlafen gegangen. Und am nächsten Morgen, Schule, ich bin komplett schlaft, drunter aufgemacht, gar keinen Bock aufs Leben, dachte mir so, fuck, was mach ich, so. Ähm, und dann hab ich YouTube gecheckt und auf einmal hatte das Video hunderttausend Aufrufe. Alter. Über Nacht. Ja. Und das war so für mich, ich dachte so, okay, ich brech morgen Schule ab. Also komplett delusional. Ja, ja, ja. Und dann bin ich zur Schule gegangen und ich legit alles so auf halbherzig gemacht, wollte einfach nach Hause. Ja. Bin dann auch einfach früher abgehauen. Bist du auch mit so einem Kapuze in die Schule, weil du Angst hast, dass du erkannt wirst. Ja, ja, klar. So, äh, erst mal Profil wieder alle geändert, so. Nee, und dann hab ich irgendwie nur gecheckt, dass das auf Reddit war. Also irgendwie hat das einer auf Reddit gepostet. Ja. Und, äh, dann ging das so ab, dann hab ich halt, und da hab ich dann so schneiden auch erst mal richtig gelernt. Dann hab ich legit... Da erst? Ja, so richtig, ja. Digga, ich hätte gedacht, du bist so ein Crack-Kid, der das schon sein Leben lang macht. Nee, nee, ich hab das einfach, das ging einfach. Ich hab dann schnell Tutorials nebenbei geguckt. Ich hab das an einem Abend gemacht. Ich saß am Abend im Discord. Das waren drei Stunden. Hab alle Twitch-Tipps runtergeladen, aneinandergereiht, Musik drunter und geschnitten. Ja. Und dann hab ich so hochgeladen und dann hab ich so jeden dritten Tag hab ich so ein Video rausgeballert. Es war nicht schwer, so. Zwei Stunden Arbeit eigentlich. Mhm. Und dann, äh, ja, hatte ich irgendwann so 8000 Abonnenten dadurch und eine englische Base. Die Videos hatten alle so 200, 300.000 Klicks. Das war schon echt groß. Crazy, ja, ja, ja. Und, äh, auch so Streamer haben darauf reagiert, was so Overwatch liegt und so weiter. Ja, und dann irgendwann dachte ich mir so, okay, was kann ich daraus jetzt machen? Weil ich wollte ja, ähm, ich wollte ja, oh, ihr könnt jetzt hier richtig Exclusive-Talk machen. Ja, ja, klar, natürlich, machen wir. Äh, ich wollte halt schon immer so davon irgendwie leben, weil ich hatte, ich hab so wirklich auch eine Zeit gehabt, wo ich so nachts um vier in meinem Bett lag und morgen war Schule und, äh, ich hab so gegoogelt, so, ähm, online Geld verdienen. So diese ganze Cringe-Scheiße. Ehrlich. So dieses schnell reich werden. Aber nicht, also mir ist Geld wirklich nicht so wichtig. Sobald, solange ich halt meine Miete zahlen kann und das machen kann, was ich will, ist mir legit das egal. Du willst halt nur die Sicherheit und die Freiheit haben, so was zu tun. Genau, und das war halt kompletter Quatsch, weißt du, dann ist man auf irgendwann so einen komischen Kreis unterwegs, so, weißt du, so. Aber warst du wirklich so? Ja, naja, nicht so. Oder hast du dich quasi informiert? Ich hab mich informiert, so, aber dann ist man so, wie heißt der Wichser? Ähm, wie heißt denn der Wichser? Welcher denn? Äh, dieser eine Reise, äh, Dirk Kreuter. Weißt du, so, dann bist du da und dann merkst du aber selber, wenn du ein bisschen was im Kopf hast, dass das kompletter Quatsch ist, so. Ich hab voll vergessen, ja, ja, klar. Ja, und dann hab ich so mit meinem Vater, bin ich zu meinem, zum Anwalt von meinem Vater gefahren zusammen damals und wir haben so gedacht, okay, ich hab jetzt da so, so und so viel Views und es waren zu dem Zeitpunkt wie 1000 Dollar, weil es hat nicht so gut gepayt in einem Monat so und dann hab ich mir so, boah, dicker, 1000 Dollar und der Anwalt meinte dann so, ja, mach das mal, äh, Gewerbe und so weiter und dann hab ich das halt gemacht und dann irgendwann hatte ich aber gar keinen Bock mehr drauf und hab dann so Fitz-mäßige Videos gemacht über PUBG und so weiter, wurde auch relativ gut geklickt und dann hab ich so Fortnite-Edits gemacht, einfach ganz viel Edits und dann kam eine richtig darke Error, ähm, da hab ich dann so Donation-Goal gemacht für eine Webcam, ich hatte gar keine Webcam und irgendwie Leute, das weiß ich noch, der hieß, der hieß Tillo, der hat sich einfach so genannt, also Tillo, aber mit einem I, also Philo Tillo, der hat sich einfach Tillo genannt, Tillo1337 und der hat mir dann irgendwie 70 Euro donated und davon hab ich die C922 gekauft. Oh, legendäre Logitech. Da hab ich Face-Reveal gemacht und dann hab ich einfach jeden Tag, ähm, so Overwatch und Fortnite gestreamt auf Englisch, auf YouTube. Die Streams sind auch alle da, weil die speichern ja im YouTube-Kanal. Ja, voll. Und dann hab ich da erstmal so ein bisschen bla 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 und dann haben auch ein paar Deutsche waren dann da und irgendwie dachte ich immer. Hast du dann aber auch auf Englisch gestreamt? Ja, ja. Komplett? Ja, ja, komplett. Und ab und zu mal Deutsch geredet, wenn Deutsche da waren. Ja. Aber ich hab mich schon immer so gefühlt, also wenn ich so, das ist halt nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja. Ich will Twitch, weil das ist das Ding irgendwie. Und zu dem Zeitpunkt, ich war halt auch, äh, hab auch ultra, ultra viel Kevin geschaut auch früher, ne? Ja. Das war das Wildeste, das Wildeste. Komplett. Da kanntest du mich ja auch anscheinend schon. Komplett wild, komplett wild. Das ist halt immer so. Und, ähm, dann hab ich irgendwann, dachte ich mir so, ich hab keinen Bock mehr auf diese Englisch-Scheiße und wollte es auf Deutsch machen. Ja. Und dann hab ich, dann hat damals Nebelnig, hat damals diese Greenscreen-Challenge gemacht. Oh mein Gott. Und da warst du auch mit dabei? Ja, da hab ich mich beworben, da war ich auch drinnen dann. Aber das hat einem ja gar nichts gebracht, so an sich. Also, weil das bringt einem nie so wirklich was. Ja, aber ich kann mich ans Video, glaub ich, gerade gar nicht erinnern. Ja, doch, da war ich drinnen. Aber das war die, das war die Zeit, wo ich viel mit Karl gemacht habe. Ja, ja. Ne, da war ich drin. Digga krank. Und dann, irgendwann hab ich so gestoppt und hab erstmal wirklich gar nichts mehr hochgeladen. Ja. Gar nichts mehr auf YouTube hochgeladen, weil ich hab einfach nur ein bisschen immer mal gestreamt. Und auch das hab ich dann irgendwie gar nicht mehr gemacht, at some point. Weil ich mir so dachte, ja gut, ich hab jetzt da so 50 Zuschauer, die Teil Deutsch, Teil Englisch sind, das ist überhaupt gerade, ich will das nicht. Das ist keine Base. Nö, ich will den Streamern machen und halt Deutsch reden und meinen Jokes kicken und so weiter. Und die Streams damals waren richtig gut auf Englisch. Die waren Realtalk. Also, beziehungsweise das, was ich gesehen habe, in den Anfängen, wo wir uns kennengelernt haben. Auf Twitch, ja. Ne, das war ja noch später. Genau. Und dann hab ich erstmal gar nichts gemacht und hab so, hab so einfach nur jeden Tag gezockt und Counter-Strike gespielt wieder. Und dachte mir so, ja gut, ich hab mal Abi jetzt erstmal fertig. Das ist alles kacke. Hab das Gewerbe auch wieder abgemeldet. Das war einfach nicht so geil. Ja. Also, ich war halt so nah dran, damit so ein bisschen Geld zu verdienen. Aber es war nicht, es war nicht geil. Aber ich hatte damals schon einen Crazy Connections in die Ami-Szene. Also, so Too Mad, Palulu Man, diese ganzen Meme-Leute, Socks for One, der jetzt mittlerweile fünf Kanäle mit über drei Millionen Abonnenten hat. Das ist krass. Und wir haben damals alles zusammen so einen Editor-Kreis gehabt. Raditz, der streamt jetzt TFT für tausend Leute auch. Also, die haben alle aus dieser Bubble damals irgendwas noch gemacht. Und ich bin dann da irgendwie ein bisschen raus gewesen, hab so ein bisschen mehr mit Daniel gechillt, IAL, mit Daniel. Der war auch gar nicht auf meiner Schule. Ach, ehrlich? Woher kannt ihr euch? Nee, wir waren Kindheitsfreunde und er war halt eine Schule weiter sozusagen. Also, anderes. Ich war auch auf keinem Gymnasium. Ich war auf einer Gesamtschule, aber mit gymnasialer Oberstufe. Deswegen hab ich auch ein Jahr länger Abi gemacht. Und dann, irgendwann war es halt so 13. Klasse dann und noch zwei Monate to go, bis dann Schule vorbei ist. Und ich hatte keine Ahnung. Zu dem Zeitpunkt hab ich ganz, 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 ganz viel Streams geguckt. Ganz, ganz viel Stay. Und Stay hat dazu... Und viel Henke auch. Actually auch ein bisschen Henke. Oh, for real? Ja, ich weiß. Ja, ja. Und dann hab ich irgendwann, so Stay hat immer so gesagt, war auf diesem Grind so, ja, wenn ihr Streamer werden wollt, ne, macht's nicht. Niemand schafft das mehr und so weiter. Und ich hab Stay aber wirklich sehr, sehr viel geguckt damals. Und dachte mir so, hm, ich mein, ich halt sehr viel von ihm von der Streaming-Wise. Und wenn er das sagt, vielleicht hat er recht so. Aber ich war so unglaublich arsch von mir überzeugt, dass ich mir dachte, D, ich kann das so. Ich werd schon irgendwann Streamer so. Ich will das halt. Und dann, ähm, kam irgendwann so, ich hab mir dann mal TikTok runtergeladen, weil es halt die App war, die heiß war damals. Und dann saß ich halt mit meinem Kumpel, äh, Luca hieß der, das war gar nicht Daniel, war ich mit Luca, saß ich hinten in der, in meiner letzten Reihe, in der Schule. Ähm, und dann hab ich so gesagt, Bro, das ist ja scheiße, was die hier machen. So Onkel Banju und wie die ganzen Leute da alle heißen oder dieser... War das TikTok anfangs? Ja, Digga, komplett. Dieser, dieser Magician, wie heißt der? Der macht jetzt auch immer noch so Magician-Shirt. Äh, oh, Fabian Ingwert? Ja. Ich glaub, ja. Der macht doch, der... Der hat so einen komischen Dialekt. Ja, und das ist so... Der redet... Fabian Magic heißt der, glaub ich. Ja, könnt ihr dieses Rätsel lösen? Ja, ja. So ein bisschen auf den so? Ja, genau der. Oder hat er noch so einen Atzen, der auch immer irgendwelche Food-Challenges macht? Ja, ja, klar. Und ich fand das so scheiße alles. Weil es war halt, klar, Content ist Content und Shit, aber... Ja, ja, check. Ich dachte mir so, das ist wirklich einfach, was die da machen. Und dann meinte ich zu meinem Schulkumpel Luca damals, ey, wollen wir einfach auch TikToks machen mal und gucken, was ist? Nee, gar kein Bock. Und dann, immer nach der Schule bin ich mit Daniel getroffen und dann hab ich ihm das erzählt und er so, ja, let's go. Und dann haben wir, dann war nur noch ein Monat to go in der Schule und dann haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt jeden Tag ein TikTok. und verarschen einfach nur die ganze deutsche TikTok-Szene. Ja, habt ihr auch nur gemacht. Nur gemacht, dann irgendwie mit, hier mit diesen, da haben wir auch, ich weiß gar nicht, wie der hieß, Sedo irgendwas? Sedi? Äh, wie geschrieben? C-E-D-D-I, aber es ist nicht Sedo Talk. Weiß ich, wie der hieß. Sedi? Sedi Solms hieß der. Der hat immer mit seiner Schwester in Selgros gechillt und so gesagt, wenn du dieses Rätsel lösen kannst, dann kauf ich dir, was du willst. Oh mein Gott, ja! Und ich fand es einfach peinlich so. Ja, ja, ja. Und dann haben wir so, damals auch so edgy Rollen gehabt, so Daniel hat sich dann so eine kleine, enge Brille aufgesetzt und das war dann mein blinder Freund. Ja, oh Gott. So, Leute, ich bin hier gerade mit meinem blinden Freund und wenn er rät, was ich hier hab, dann kaufe ich ihm seine Augen-OP, so kranker Schild. Oh Junge. Und dann hab ich so ein Stück Scheiblettenkäse vor ihm gehalten und er so, KÄSE! Und dann klatsch ich ihm das ins Gesicht. Und das war das zweite TikTok und das hatte dann so nach einer Stunde 50.000 Aufrufe und ich dachte so, ja, guck mal, easy. Das ist so, wie ich es mir gedacht hab. Natürlich ist das easy, wenn du das verarscht, das polarisiert und dann haben wir damals auch Fabian Magic da oder ich weiß gar nicht, wie er heißt, haben wir den verarscht. Ich glaube, es war actually Fabian Magic. Ja, ja, und dann hat der da auch kommentiert und so weiter und irgendwann kam dann dieser Trend, dass Leute ihre Sachen geflext haben und gefragt haben, Jojo, was rockst du heute? Also haben nicht die gesagt, sondern Jo Prada, what you wearing? Das war die Catchphrase aus Amerika. Jo Prada, what you wearing? Und dann hat der halt auf unironisch... Hast du alles durch erklärt? Genau, der hat so lächerliche Sachen, so an seinem Gürtel war so ein Zippo, so ein Supreme-Feuerzeug und das hat der dann so geflext und sein Goyard-Bag und so und ich fand das irgendwie peinlich auch, aber es war immer wieder das Gleiche und dann hab ich das einfach auch gemacht, aber ich hatte ja keinen Designerscheiß und dann hab ich immer so gesagt zu Daniel, komm, wir plündern mal unsere Karnevalssachen und unsere Kindersachen und viel zu enge Sachen, er hatte noch so eine komische Gurke in der Dose und dann sind wir im Wald und dann hab ich einfach immer nur gesagt, Jojo, was sagst du heute? Und dann haben wir so die dümmsten Sachen gesagt und das ging dann überab und dann hat auch ein Schmauwensch darauf reagiert irgendwie, weil der mich noch ein bisschen kannte aus H1-C1-Zeiten und ja, da ging... Auch in so unsympathisch-Videos und Videos von Nico und so. Ja, voll jedes unsympathisch-TikTok-Video war ein TikTok von mir drin. Digga, das ist geil. Und es ist halt einfach übel, übel-big gegangen, auf einmal 100k auf TikTok 200k und dann dachte ich mir so gut, monetarisieren kann man das jetzt schwer? Wir hatten dann ein paar Anfragen auch. Das ist allgemein schwierig auf TikTok heute noch, oder? Nö, es ist schon Madgeld. Schon Madgeld mit Placements, das ist schon Madgeld. Ja, okay mit Placements, check, aber so eigenes Monetarisierungssystem. Paid auch krass in Amerika, paid das richtig krass. Nicht-Creative-Font, sondern irgendwas anderes. Doch, irgendwas mit Creative. Es geht da aber wirklich um, das ist dedizierter Content. Ja. Leute, die wirklich kreative Sachen machen, die kriegen da richtig viel Geld für. Ja, also wirklich viel. Und dann, ja, haben wir das einfach gemacht. Und parallel dazu habe ich immer gestreamt auf Philo. Mhm. Und damals hatte ich ja noch gar keinen Swipe-Aplink. Und damals konnte man auch keine Storys machen auf TikTok. Kurz, dieses Swipe-Aplink war aber auch falscher Ehrgeiz von Instagram, oder? Auf jeden Fall. Das hat mir jetzt auch irgendwann ja rausgenommen. Bringt nicht so viel, bringt nicht so viel. Aber bringt allgemein nicht so viel. Ich glaube, der Hinweis ist einfach, die Leute müssen selber irgendwie drauf klicken. Ja, ja. Weil wenn du Instagram klickst, kommst du ja irgendwie auf die, öffnet der irgendwie so eine eigene Webseite. Ja, ja, ganz komisch. Das sollte eigentlich sofort eröffnen, ja. Aber da gibt es auch Tricks und so, Tricks und Kniffe. Kniff? Kniffe, ja, ich weiß gar nicht. Und dann habe ich irgendwie immer wieder mal gestreamt. Ja. Zu der Zeit, wo dann das Angelcamp war. Also zu der Zeit ungefähr war das. Oh mein Gott, ja, ja. Und dann habe ich immer, einmal habe ich dann was Rocks heute gemacht, wo ich meinen Twitch-Out geschoutet habe. So, jojo, was Rocks heute, bla 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 bla. Und dann irgendwie Twitch, da habe ich mir ein Twitch-T-Shirt bestellt. Und mein so, Twitch-Shirt, äh, vielleicht weiß ich gar nicht, was ich gesagt habe. Hier bin ich mal live, oder? Ja, Twitch-Shirt, hier bin ich live. Und dann habe ich so meinen Link so geschoutet. Und dann kam da so, nach dem TikTok, es war vorher schon immer klar, ich weiß auch gar nicht, wie da der Algorithmus so krass funktioniert. Aber sobald ich was Rocks heute gesagt habe, wusste ich, dass das Video abgeht. Ja. Also man wusste das einfach, man konnte das richtig, man wusste das. Ach, krank. Und dann wusste ich, ja gut, macht eh wieder 200, 300.000 Klicks. Oder Millionen oder so. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich quasi, während ich gestreamt habe, während ich das hochgeladen habe, habe ich den Stream angemacht, damit die Leute gleichzeitig raufkommen und so weiter. Und dann habe ich so TikToks einfach angeguckt und es hat funktioniert, waren so 100, 200 Viewer drinne und halt ganz viele neu gefolgt. Ja, und dann habe ich einfach immer weiter gestreamt, aber das war auch irgendwie nichts halbes und nichts ganzes. Ja, weil es TikTok-Community war. Genau. Und dann, witzigerweise, wissen auch viele nicht, Phoebe hat zu dem Zeitpunkt auch gestreamt und die war in dem Maß noch kleiner, Viewer-Technisch, als ewig. Also, was heißt kleiner, ich war ja kein Streamer, aber... Ach, ihr kanntet euch das schon? Nö. Und sie hat dann mich geradet, weil sie gecheckt hat, wer ich war, dieser TikTok-Leil, und dann hat die mich geradet mit, ich glaube, 100, 200 Viewern auch. Ja. Und fand ich krass so und, ja. Aber Fipse ist auch so komplett TikTok-Gen, Alter. Ja, komplett. Durch und durch. Komplett. Sie merken auch immer, wenn die irgendwie, das wird nächste Woche wieder genauso sein, wenn Gamescom ist, wenn die mit uns irgendwie rumhängt und man merkt, krass, dass sie halt viel jünger ist als wir. Ja, ja. So, aber ich finde, sie ist krass so, sie ist viel, Alter, krass, aber sie hat viel mehr Energie als wir, weißt du, so diese andere Energie. Ja, ja. Können wir was trinken? Ja, klar, dass wir was trinken. Aber so, dass man das zensiert oder so? Ja, dann zensiert... Ja, also... Oder man macht voll auf dich. Ja, ja, ja. Das ist nämlich selbst gebrannter Absinth. Ja, aber Fipse ist todeskrass. Ich liebe die. Ich finde, was mich... Also, es nervt mich wirklich, dass das Fipse so viel abkriegt. Ach, Digga, jetzt so peinlich, Digga. Ich habe im Sabaton... Äh... Im Sabaton habe ich an einem Abend vier Stunden mit Phoebe telefoniert. Ja. Aus meinem Cars-Bett raus. Einfach nur gequatscht, so was gerade abgeht und so weiter. Ja. Das war richtig gut. Die hat richtig, richtig was im Kopf. Ja. Leute unterschätzen das voll, weil sie halt so ist, wie sie ist und die Schule relativ schnell gequittet hat und ein bisschen... Die ist auch crazy, aber die hat ja Schule wenigstens fertig gemacht, so. Jahrzehnte halt, ne? Ja, habe ich auch. Ja. Das ist ein Problem, wenn man kein Abitur hat, Felix. Nö. 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 Wenn man keinen Abschluss hat, ist das schon ein Problem, würde ich sagen. Ja, das ist richtig. Naja, aber guck mal, ich glaube, die meisten Content-Creator, die wir kennen haben, nichts irgendwie fertig gelernt, oder? Also, ich glaube nicht mal, Rättsmann hat vielleicht studiert. Nö. Nö, Rättsmann hat aber schon gearbeitet. Niek hat was gelernt. Niek hat was gelernt. Kevin hat nichts gelernt. Nö, der hat also nicht abgeschlossen, ja. Rief hat nichts gelernt, glaube ich. Nö. Nova hat was gelernt. Nova hat keine Ausbildung. Nein? Die hat, also Flugbegleitung, diese Ausbildung zur Flugbegleitung, aber die geht, glaube ich, nicht so lang, meinte sie. Oli hat studiert, hat jetzt aber erst ihren Master abgebildet. Stimmt. Stimmt. True. Aber ich glaube, das ist auch, es ist auch so, Delication fängt früh an. Dustin, ne, zum Beispiel. Big Shoutout. Ja. Der hat auch nichts gelernt. Ja, das ist true. Aber Dustin ist auch echt früh in dieses Management-Ding schon reingerutscht. Ganz früh. Muss ich mir vorstellen, der war ja schon für Gronk verantwortlich, wo er 17 war. Nicht mal. Das ist crazy. So, stell dir vor, du bist einfach so der Manager von Gronk, einfach so krass minderjährig. Und du weißt, niemand wusste, wie er aussieht. Das ist so geil. Digga, Dustin's Geschichte ist so krass. Dustin wäre eigentlich auch nochmal eine Option für den Groner. Junge, musst du machen. Eigentlich ja. Das ist so geil. Dustin hat so eine crazy Geschichte. So für die Leute, die es nicht wissen, Dustin ist mein Manager. Ja. Wohlgemerkt. Und der Manager von Gronk auch. Und der hat eine Firma. Zusammen mit Gronk gegründet. Zusammen mit Gronk gemacht, ja. Und mit Phil noch. Ja. Digga, da bist du jetzt seit auch einem Jahr. Zwei. Zwei Jahre schon. Ja, seit Februar 2021, ja. Digga, Zeit rennt. Ne, das war ja so, dass quasi euer Red Bull Projekt, was du dann ja gewonnen hast, zusammen mit Olli. Genau, ja. War dann anfangs unter Instinct. Ganz kurz bevor, da kannst du gerne ausführen, weil ich glaube, ich rede zu viel. Ja, das ist nicht schlimm. TikTok, ich habe dann ab und zu mal gestreamt. Ja. Aber ich hatte da auch, es war schon Passion. Ich habe trotzdem so fast jeden Tag so ein bisschen mal gestreamt und so weiter. Aber ich war damit auch nicht happy, weil ich halt wusste, das macht mehr Sinn mit einem Chat, der sich auch ein bisschen bewegt und so. Nur da macht es Spaß. Ich habe auch daraus gar keine Videos gemacht, keine TikToks. Da habe ich ab und zu mal TikTok-Clips gemacht und so weiter. Ich habe auch so, ich habe auch so damals ganz viele Firmen angeschrieben mit meinen TikTok, mit meinen TikTok-Metrics und wollte einfach Sachen for free haben für streamen. Und manche haben dann auch was geschickt. War übel geil. Wer hat was gegönnt? Sag ich nicht. Sag ich nicht. Und dann habe ich auch teilweise so ein bisschen Geld damit verdient mit TikToks und so weiter. Ah geil. Alles in Streaming geballert, ausnahmslos. Und ja, dann hat Red Bull und Instinct irgendwann was getweetet und da stand dann so, Red Bull sucht einen Streamer für deren Account. Das Projekt hieß Chase Your Streams und Hashtag Red Bull Zockt 100. Genau. Und da ging es dann darum, das war mit Instinct 3 zusammen, also dem Management um Hand of Blood rum, Spanndauer und so weiter. Und man sollte sich halt da bewerben, wenn man Bock auf Gaming hat, wenn man Bock auf Events hat, wenn man die Red Bull Welt liebt und so weiter. Und zu dem Zeitpunkt, damals war ich schon mal mit meiner ersten Freundin zusammen und ich wollte mich da nicht bewerben und sie meinte so, mach, bewirb dich mal da. Und sie war gerade zu Besuch bei mir und ich so, wirklich, ich habe das noch nie gemacht und dann haben wir an einem Abend losgegangen, haben so ein paar Sachen geholt und dann habe ich einfach ein Video gemacht, habe das hochgeladen und dann auf einmal kam so eine Mail, ich bin weiter. So, und dann dachte ich mir so, okay, weil zu dem Zeitpunkt war dann nämlich auch Schule vorbei und ich habe mich quasi parallel dazu beworben für einen Studiengang. Wen gewährst du geworden? Medienkommunikation in Babelsberg. Hast du ja auf meine Beratung hin, hast du ja ein bisschen umgeschaut. Ganz kurzer Flashback noch, warum ich auch Henke damals geguckt habe und nicht nur Stay Crazy eigentlich. Ich habe Henke damals geschaut, ab und zu reingeschaut, als er Minecraft gespielt hat, Craft Attack, Craft Attack, ja. Ja, und der hat da gerade so einen Job-Talk gehabt und da meinte ich so, habe ich auch einfach geschrieben so, was hast du studiert eigentlich? Ja. Weil ich wollte halt schon immer, wenn ich kein Streamer geworden wäre oder YouTuber und so weiter, hätte ich wenigstens was mit Medien machen wollen. Ja. Weil ich mich da ja wohlfühle. Und ich war so, was haben die Leute studiert, die es halt gerade machen so. Und dann hast du ein bisschen erzählt und dann meinte ich so, oh, ist das cool und so weiter. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das einfach auch mal. Also ich hätte legit wegen dir, auch hätten wir uns gar nicht gekannt, ich war ja ein Chatter in dem Maß. Ja. Also ich habe nicht viel gechattet, aber ich habe halt gechattet und dann hätte ich legit wegen dir Medien studiert. Irgendwo in Babelsberg hätte ich das nie gekannt. Digga, aber es ist so krass. Und dann kam ja irgendwann der Punkt, wo ich dann über die Reef Talk-TikToks gestolpert bin. Ja, ja. So, und dann, ich weiß, in dem Moment, da habe ich es ja damals, hatten wir ein L-Stream in Berlin und da habe ich das Kevin gezeigt. Ja. Ich weiß nicht, ob wir uns da auch schon getroffen haben. Wir beide? Ja. Nein. Wir haben uns das erste Mal in Spandau gesehen. Aber da war es noch nicht, ne, auf keinen Fall war es da schon in Spandau. Nein, da war ich noch nicht mal bei Red Bull. Richtig, richtig. Und dann, äh, dann, Digga, aber dann habe ich das ja, Kevin fand es irgendwie scheiße. Kevin hat gesagt, dass das richtig cringe ist. Aber ich war witzigerweise, ich war gar nicht so ultra krass gebrochen damals. Ja. Also, du hast es, glaube ich, genau richtig aufgenommen, so, gag-wise. Nee, nee, er meinte das schon ernst. Nein, nein, aber so wie du damit umgegangen bist. Achso, ja, ja, ich habe das dann auch gepostet, getweetet und so weiter, äh, nicht getweetet, getiktokt. Ja. Und dann, am Abend später, habe ich dann den Stream von Kevin geguckt und ganz zufällig, wirklich, ich kam rein und zwei Minuten später war dann der gleiche Stream, aber es war abends und die gingen so nach Hause alle und dann hat er so TikToks aufgemacht und dann meinte er so, da war ich auf seiner For You und er meinte so, ah, hier, kennst du noch von vorhin? Und dann, äh, ja, ich habe das mal vorhin ein bisschen geguckt, das ist eigentlich doch ganz funny. Ah, krass. Und dann, dann war so, ja, so, genau, ja, und dann, ähm. Da warst du bei mir auch häufiger im Stream, da sind wir so, glaube ich, in Kontakt gekommen, weil ich dann gesehen habe, du bist auch mehr auf Twitch und so weiter und so fort. Ja, genau, genau, dann haben wir ganz viel Fallgeist gespielt und Fassmo zu dem Zeitpunkt schon, da war ich auch noch nicht bei White Bull. Mega. Ja. Und dann ging es irgendwann los. Die Theo-Runden. Die Theo-Runden. Die Theo-Runden. Der Legendär. Vollgeist, Alter. Das war eine gute, das war eine richtig geile Zeit. Und dann hat sich das ja so entwickelt, wie gesagt, du bist dann nach Spandau gegangen. Genau, dann, dann kam die, dann war Bewerbung. Genau. Red Bull hat einen Streamer gesucht. Ich habe irgendwie es in die Bewerberphase geschafft, wo noch fünf Leute da waren und jetzt, das ist noch ein riesiger Clusterfuck, diese Bewerbungsphase, ne? Oh mein Gott, ich glaube, ich weiß, was es ist. Nein, aber es ist geisteskrank. Ja. Sorry, sagen wir nicht mehr. Aber es ist krank. Ja. Und auf jeden Fall war das dann halt so, fünf Leute waren Mitbewerber im Finale und es war ich, Oli Mie, dann hieß der eine, boah fuck, ey, es tut mir leid. Ich kriege auch nicht mehr alle zusammen. Es waren vier actually nur. Oli, ich, der eine hieß Mal und der andere hieß Johnny Papaya. Johnny Papaya, stimmt, ja. So, und die vier wurden eingeladen nach Leipzig in die Red Bull Arena zu einem Tag, zu einem Testtag und da konnte ich mir gar nichts unter vorstellen. Es war gerade, hat Corona angefangen, Hotels und so Buchung war schwer und da bin ich da hingefahren und irgendwie habe das geschafft und die Aufgabe war davon einen Vlog zu machen noch mit als Bewerbungsphase. Äh, da war das halt eine Station, ich musste, man musste sich bewerben mit einem, mit einem Vortrag, legit, ich habe so getrollt, ich habe einen weißen Vortrag gemacht, und weiße Blätter, Comic Sans und einfach Stock-Images von einem kleinen Mädchen, was ich gephotoshoppt habe, was Red Bull trinkt. Wenn ich Seiten switche, einmal so und die nächste Seite, die ich geswitcht habe, quasi so. Nein, Digga. Und ich habe da wirklich nur Scheiße gelabert. Ich habe auch Sachen gedoppelt, auch mit Rechtschreibfehlern und so weiter. Ich habe das richtig gemimt, aber die haben es alle gefeiert. Du musst dir überlegen, da sitzen wirklich krass hohe Tiere von Red Bull, die ganzen Gaming-Leute, also T-Projektleiter Gaming, sitzen da und Instinct 3 sitzt da. Da kommt da so ein kleiner Motherfucker auf den Arsch, oder? Digga, das ist so krass, da sitzen Henrik Ruhr, Pascal Ruhr, dann sitzt da noch, ich glaube Gorzel war nicht da, dann sitzt da, ich werde die Namen nicht nennen, aber so Lisa saß da, die Leute wissen, die Leute kennen, Marie war da, Lisa war da, es war krass so. Und dann habe ich mich auch mit Olli ganz gut verstanden und ich wusste, Olli ist meine Konkurrenz. Da gibt es keine Freundschaften in der Zeit, damals kannte ich ja Olli auch nicht so krass, aber ich war der Einzige, der halt bei anderen geguckt hat, wenn sie gepostet haben, dass sie sich beworben haben und Olli hatte damals, auch jetzt noch, aber ich würde wirklich sagen, Olli hatte damals einen richtig krassen Stream, also der sah richtig gut aus, es war richtiger Content. Und ich dachte so, ja gut, wenn Olli da drin ist, dann habe ich es eh nicht, weil Olli ist viel mehr Brandsafe, die ist auch ein Girl und für Moderationssachen mehr gefragt. Und dann kam eine Station, war halt Revi, mit Revi Fortnite spielen, komplette Folter und dann war aber so, der kannte mich auch von TikTok und du warst im Chat zu dem Zeitpunkt und dann war das so, der hat dann meine Bewerbungsvideos geguckt und von jedem die Bewerbungsvideos und du meintest dann, hast dann geschrieben, Philo Stabila Bré oder so. Ja, ja, ja. Und Revi meinte dann, ah Henke kennt ihn. Und alle saßen ja im Nebenraum und haben diesen Stream verfolgt und dadurch, dass Leute mit Haken dann schon geschrieben haben, dass die mich kennen und ähm... Wait, das hatte einen Einfluss? Das wusste ich nicht. Das mit Revi? Ja, ja. Ja klar, das war ein Teil der Bewerbungsphase. Nee, aber das jetzt beispielsweise, wenn da Leute reingeschrieben haben... Nee, aber es war schon gut für Leute wie bei Instinct zum Beispiel, die da halt gesehen haben, ach Leute kennen schon Philo aus der Streamer-Szene, klar hat das einen Einfluss. Krass. Und die wollten nämlich auch initial nur eine Person nehmen. Ja. Und am Ende saßen die und Gehaltsvorstellungen gab es auch noch so, Gespräche und so weiter, das war ja ein Gehalt-Job. Und das war dann so eine Bewerbungsphase und Shit, äh, Bewerbungsgespräch. Und am Ende haben die so gesagt, ja gut, wir haben ja echt ein gutes Gefühl, wir melden uns dann innerhalb der nächsten zwei Wochen, ähm, so. Und ich dachte mir so, nee, ich bin's nicht so. Ja, ja. Ich bin's nicht, weil es Olli ist es so. Und irgendwann hab ich dann immer wieder Kontakt gehabt mit Pascal, der das gemanagt hat und so, Pascal Ruhe, äh, und dann auf einmal kam so eine Mail, äh, wir haben die Ergebnisse, morgen 12 Uhr gibt's einen Call. Ja. Und ich so abgeschissen, ne? Ich war so mit meinem Vater dann spazieren und der meinte so, was ist denn das jetzt eigentlich überhaupt? Was machst du denn jetzt? Gehst du jetzt schon studieren? Ich so, also wenn das jetzt morgen klappt, dann geh ich nicht studieren, Papa. Ja, ja. Dann zieh ich das durch. Wie war das, wie war die Resonanz von deinem Vater darauf? Der hat gar nicht verstanden, was das ist. Aber gar nicht so in diesem, in diesem cringy Sinne so, oh, meine Eltern wissen gar nicht, was das ist. Er konnte den Rahmen nicht einschätzen. Nee, er weiß einfach nicht, warum, warum, was machst du denn dann da überhaupt? Aber gar nicht so dieses, weißt du, Leute sagen, ich war ja damals noch nichts. Ja. Und das ist ja immer cringe zu sagen, ja, meine Eltern wissen gar nicht, was ich mache und wie ich mein Geld verdiene. Cringe-Shit. Ja. Die wissen einfach nicht, was es heißt, in der digitalen Welt was zu machen von irgendeiner monetären Relevanz. Natürlich, natürlich, ja. Äh, genau. Aber ich glaube, die Diskussion hat jeder mit den Eltern zu spüren. Ja, auf jeden Fall, der irgendwas macht. Ja, ja. Und dann war es halt auch so, dass ich dann mit meinem Dad so gesagt habe, eigentlich will ich das auch gar nicht so richtig studieren. So, ich hoffe einfach, dass das klappt und morgen zwölf Uhr ist ja das Ergebnis dann. Er so, ja, mal gucken. Und dann komme ich dann in den Call rein. Pascal sagt so, hallo, Lisa ist dann drin im Call. Und dann meint Pascal, ja, wir haben uns jetzt alles ausgewertet und mit Leuten geredet. Es war wirklich keine leichte Entscheidung. Und wir, ähm, wir wollten ja, also wir wollten initial nur eine Person nehmen. Und, äh, da können wir auch leider nichts dran rütteln vom Budget her. Da müssten wir einfach was klären. Und, äh, wir müssen dir sagen, wir, dass wir mit Olli gehen, ne, hat er gesagt. Und ich so, okay, fuck. Ja. Fuck, aber ich wusste es vorher schon, Loki. Und dann meinte er so, weil wir glauben, dass sie mit dir zusammen richtig gut harmoniert. Oh! Und, Digga, so, weißt du, dann so, und auf einmal so, ich konnte, ich hab mich richtig gefreut. Äh, hab auch dann direkt mit Olli geschrieben und, ähm, meinem Dad so gesagt. Und dann ging's richtig los. Wohnungssuche in Spandau. Yalla. Und dann ging's ab. Dann ging's ab. Dann waren wir drin. Ähm. Genau. Und jetzt nochmal der ganze Clusterfuck-Sache. Wenn du, du kannst jetzt erstmal was dazu sagen, wenn du willst. Ich würd nämlich nochmal was trinken. Ich weiß nicht, was die, was du genau meinst mit der Clusterfuck-Sache. Du musst zum Clusterfuck-Sache. Geht's um andere Bewerber? Ja, aber Geist ist krank. Mann, fuck! Also, wer, wer halt beispielsweise, der kann zu sagen. Willst du sagen? Ja, aber sag erstmal, was mich nämlich interessieren würde. Wie hast du diese Phase damals mitbekommen, wo wir geredet haben und es um Red Bull ging? Dachtest du da schon, dass das cool ist? Oder, weil wir haben sehr viel darüber geredet. Mir war von vornherein klar, dass einer von euch beiden das gewinnt. Mhm. Das war von vornherein klar. Allein vom Potenzial. Jeder, und das ist jetzt nicht so dumm geschleimt, weil ich hab's damals schon gesagt, sonst hätte ich dich auch nicht, äh, wahrscheinlich so close in den Kreis reingelassen, so dumm das klingt. Ähm. Du hast gar nichts dazu. Natürlich. Du hast mich nicht gemacht, Hinke. Nein, ich hab dich nicht gemacht, du hast alles selber gemacht. Also schon, aber ich glaube, ich hatte, oh, das klingt so dumm, aber ich glaube, ich hatte schon einen gewissen Einfluss. Ja, ja. In irgendeiner Art und Weise. Nee, ist schon so. Aber, ähm, das meiste hast du selber gemacht und auch völlig verdient so. Äh, ich wusste aber, als ich so den ersten Kram für dich gesehen hab, so deine ersten Streams, beziehungsweise die Streams, die ich mitbekommen habe, und, äh, was du, was für Liebe du in die Streams reinsteckst, hab ich halt schon gemerkt, okay, der Bangin hat halt scheiße viel Potenzial, so. So, und das ist halt einer, wo ich hundertprozentig sage, der könnte poppen, so. Und da, als ich dann so mitbekommen hab, okay, Olivia ist in der Auswahl, die kenn ich schon, da weiß ich, ist solid, so, ist gut, und Philo ist in der Auswahl, dann, okay, ja, einer gewinnt das, ich könnte jetzt nicht sagen, wer, aber die sind beide krass. Ja. Aber ich hätte tatsächlich am Ende gesagt, hoffentlich haut mir das nicht Olli um die Olli, ich hätte gedacht am Ende, ja, die werden wahrscheinlich Felix nehmen. Wirklich? Ja, krass. Weil, äh, weil du, glaub ich, eher in dieses, in dieses, ähm, Crack-Potenzial reingefahren bist, auch als, also, wenn wir uns so verkaufen, als Streamer. Ja. Im Endeffekt, heutzutage, wenn wir gucken, ähm, klar, Olli, ähm, macht auch ihre Streams, aber ist ja viel mehr Moderatorin als Streamer. Geworden ja jetzt, ja. So, und, ähm, bei dir ist halt durch und du lebst halt voll, dieses Streamer-Ding. Ja. Und im Endeffekt hat sich das ja auch alles so bewahrheitet, beziehungsweise so krass, so krass ergeben, wie, wie es immer prophezeit war eigentlich, dass du halt krass poppst, so. Und jetzt sind wir an dem Punkt, guck mal, hätten wir damals so drüber gelabert, da warst du noch, guck mal, da lief ja schon Twitch nicht mehr so gut bei mir, da warst du, da warst du noch kleiner als ich, so, und dann hatten wir auch zwischendurch diese Talks, hey, ja, wie kommt man vorwärts, so, wie geht's weiter, so, und mittlerweile, so, bummst du mich halt komplett, so, was die Zahlen angeht. Ja, aber ich würde halt so nicht sagen, weil du hast gepoppt bin. Ja, du hast es halt verdient, du hast so drauf hingearbeitet, und es freut mich gerade auch bei Mike und dir, weil das so ein Duo ist, was sich so ergeben hat. Organisch einfach, es war ja nichts erzwungen, es hat sich einfach, es hat einfach so alles zusammengepasst, und bei euch läuft einfach gerade, ich finde das geil zu sehen. Ja. So, weil ihr wart für mich immer so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ich würde nicht sagen so, so Schützling-mäßig, aber für mich war es immer so, ja, ich muss ein bisschen so auf die aufpassen, weißt du, und es ist so geil, dass ihr dann quasi euer, euer Ding so macht, euer Weg so findet, und ironischerweise, ich dann der Loster eigentlich bin, der irgendwie nicht weiß, wo es hingeht, so, aber, ähm, ich glaube im Endeffekt ist so, das, das ist das, was ich so appreciate an der Bubble, die wir haben, gehen wir alle in eine gute Richtung, so, und ich glaube, jeder macht so sein Ding, und jeder kommt irgendwo mal an. Ja, auf jeden Fall. So, und gerade so, wie es ist, ich finde es affengeil, auch, dass alle hier sind so, dass die, dass die Crew zusammen ist, und, und alles sich so zusammenhält, ich meine, wir, jetzt beispielsweise, wir beide, wir chillen daily, also es gibt, ich glaube, wir sehen uns sehr gut, Sabaton haben wir jetzt nicht so häufig, wir haben uns auch schon gesehen, aber, ich glaube, jetzt so die Woche davor, weil ich mindestens jeden zweiten Tag habe ich gesehen und irgendwie gechillt oder Mucke gemacht habe. Ja, ja, eben, ja. Und das ist halt geil, weil durch, äh, durch dich kommt man halt, du, du gibst mir so ein, so ein, so ein Einfluss rein, dass, dass doch nicht die Luft raus ist, weißt du? So, weil für mich ist so zwischendurch, war so, ey, das funktioniert nicht, das, hast du wirklich gefurte? Ja, klar. Das ist, für mich war so zwischendurch, ey, scheiße, so Luft raus, so. Zieh mal. Felix, bist du widerlicher, Mann? Na und? Nee, für mich war so das Gefühl, ey, ist die Luft raus, so wie, ich bin jetzt 27, so, ich hab schon, krieg schon so Quarterlife, Quarterlife Crisis und denk mal so, oh, fuck, so, jetzt ist langsam schon ein bisschen, jetzt bin ich schon langsam ein bisschen spät. Glaubst du, du bist 100 oder was? Nee. Ja, gut. Was ist ein, was ist ein Drittel auf, äh, auf Englisch? Thirdle. A thirdle. A third. One third. One third? Ja. Two third. Third life crisis. Third life crisis. Ich hab ne thought life crisis. War ich. Ja, Mann. Nee, und dann, ey, scheiße, wie geht's dir jetzt, wie geht's dir jetzt weiter, weil Twitch hat mir keinen Bock mehr gemacht. So, und, ähm, dann kannst du, ey, klar, machst du jetzt so YouTube-Shit und machst einfach Podcasts und machst jetzt einfach mal das, worauf du Bock hast. Und das, was du auch nutzen kannst als connectedster Mensch hier in der Szene, so. Ja. Ja, maybe, ja, ich glaub, ich glaub, das ist der große, der einzig große Vorteil, den ich habe, ist halt, dass, äh, dass dieses Netzwerk halt krass ist. So, und, ähm, aber man ist irgendwie, ich fühl mich auch wohl in der Rolle des Connectors, so. Ja. Apropos Rolle. Ja. Und apropos Zabex. Okay. Jetzt kommt der Clusterfuck der Bewerbungen. Ja. Pass auf. Kurzer Jumpback zur, ähm, zur Red Bull-Bewerbungsphase, ne? Ja. Das war einfach nur damals ein Tweet. Es war wirklich nicht groß, äh, angehangen. Das war keine Twitch. Doch, ich glaub, es war sogar, für eine Woche war es sogar eine Twitch-Werbung. Doch, stimmt. Ähm. Aber es ist ja, guck mal, es ist ja quasi dieses Aldi-Gaming-Ding nur in Trash. Ja, aber Aldi-Gaming war Trash, so. Aldi-Gaming war, ne, ja, nicht unbedingt Trash vom Ding her. Aber falscher Ehrgeiz. Falscher Ehrgeiz. Und ich fand auch komisch, dass Simon das unterstützt, to be honest. Äh, Twitch-Simon. Ach so. Der war ja da quasi der Großvater da drin. Ja. Fand ich ein bisschen alles quatschig, aber ist halt im Endeffekt auch cool, weil es gibt Visibility und warum nicht? Ja. So, und auf jeden Fall, es war ein Tweet und der Tweeter hat einfach nur gesagt, du bist jung, hast Bock auf Gaming, streamst sowieso. Äh, und willst fürs Streamen bezahlt werden und mit Red Bull Sachen machen. Ja. Äh, dann bewirb dich jetzt und so weiter. Und es war ein Tweet, wo man dann halt sich bewerben musste mit einem Bewerbungsvideo, wer man ist und so weiter. Mhm. Und ich hatte dann, ähm, ja eine Liste von Namen, die sich da beworben haben, als ich dann drin war und so weiter. Und das, was ich wirklich krank finde, die, auch wenn das gar nicht big ist, die Leute wissen wahrscheinlich gar nicht mehr, dass es das gab, dieses Red Bull Zock 100 Ding. Ja. Es war wirklich nicht von Relevanz in der Szene. Die Streams waren alle cool und Connection-Vice war das cool, es hat auch Red Bull und uns was gebracht, aber es waren, also Peak, organisch Peak Viewer waren so 200 maximal. Ja, aber es war der klassische Schmerz mit Branded Channels. Branded Channels und wir waren ja noch niemand, das heißt, wen juckt das überhaupt? Mhm. Also es war wirklich ein bisschen eine komische Herangehensweise. Es gab keine Basis so richtig. Es gab nicht wirklich eine Basis, ich glaube, da wurde sich auch nicht so viel mit beschäftigt, aber nicht unbedingt Red Bull-Seiten, sondern ich glaube einfach ein, auf YouTube hätte das prima geklappt, glaube ich. Ja. Mit richtigen Umsetzungen, mit einer richtigen Umsetzung, aber nicht auf Twitch. Nicht auf Twitch. Da ist Personenkult einfach das A und O. Und, und dann war es halt so, dass ich eine Liste hatte von Leuten, die sich beworben haben und auch mit Leuten gequatscht habe, ne? Ja. Dann war ich ja auch ein bisschen connected mit Streamern und StreamerInnen über Rust-Server und so weiter. Kommt auch noch vielleicht. Ja. Und dann war es auf jeden Fall so, ich habe gesehen, wer sich da beworben hat. Und ich konnte auch die Bewerbungsvideos sehen. Ähm, also nicht offiziell, weil Datenschutz und so weiter, aber ich habe, pass auf, wer sich beworben hat, ja? Ich weiß nicht, ob du sogar alle Namen kennst. Ich weiß, ich weiß, Nova, weiß ich. Also es hat sich mit mir beworben. Ja. Olimi? Ja. Ist ja schon genannt worden. Zabex hat sich beworben. Ja, das wusste ich auch. Nova hat sich beworben. Ja, das wusste ich auch. Mikey hat sich beworben. Warst du mit? Das habe ich erst spät erfahren. Ja. Also mit Mikey meinen wir den jetzigen Manager, der mit bei Lena ist. Ja. Also den homosexuellen Mikey. Also eigentlich einer unserer besten Freunde hier. Genau. Und noch irgendwer hat sich beworben. Also Nova hat sich beworben. Nova, Mikey, Mike und du. Mike und ich. Und Oliver, genau. Aber irgendwer war noch, fuck, jetzt habe ich es selber vergessen, weil ich zu lange... Aber kennt man? Ja. Fuck, wer war das denn? Ich weiß es nicht mehr gerade. Fuck, Alter. Aber nicht Timmit, oder? Nein, nein, nein. Bro, ich weiß es gerade leider wirklich nicht mehr. Ich weiß es selber auch nicht. Fuck, Alter. Ist auch egal. Mit den vier können wir auch arbeiten. Ja, voll. Also es war halt... Nova, Starlet Nova hat sich beworben. Mike Zabex hat sich beworben. Mikey hat sich beworben. Und Olli hat sich beworben. Jetzt habe ich aber schon wieder einen vergessen in der ganzen Geschichte, oder? Dich? Ja. Wir haben gerade fünf Leute aufgezählt. Ja. Der ganze ist gerade nicht so eine dumme Matheaufgabe. Fucking hell. Du, Olli, Nova, Mikey und Mike. Ja. Fünf Leute. Ja. Die haben wir alle aufgezählt jetzt. Und mehr haben wir jetzt nicht erwähnt. Nee. Ich glaube, das war es. Oder gab es noch mehr? Ich überlege gerade noch. Ich glaube, irgendwas war noch eine krasse... Kriegst du das Mikrofon gerade auf? Krasse Pointe. Fucking hell. Ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung, vielleicht fällt es mir nicht ein. Auf jeden Fall ist es allein mit den Leuten, mit die wir jetzt haben, ne? Ja. Mikey, also homosexuell Mikey. Zabex Mikey. Wir sind übrigens befreundet, deswegen... Ja, also wir dürfen das. Er macht selber die schlimmsten Witze darüber. Und Zabex so. Ja. Und Zabex wurde nicht angenommen, der wurde ja nicht mal weitergelassen. Ja. Verständlich. Ja. Völlig. Nova wurde auch nicht weitergelassen und Mikey ist dann vor der letzten Phase rausgeflogen auch. Ja. Und ich und Olli, die sich auch beworben haben, sind weitergekommen. Olli und ich? Olli und ich. Nö. Du Bastard. Na und? Und das Ding ist, genau so wie es gelaufen ist, war es aber für alle perfekt und nur deswegen existiert der ganze Scheiß gerade hier. Das ist so krass, weil... Es ist so viel... Guck mal. Das ist ja... Butterfly des Übergrauens. ...alle nicht connected gewesen. Nee. Tatsächlich ist wahrscheinlich der einzige Connection-Punkt zwischen Mike, Mikey, äh, beziehungsweise ne, Mikey weniger, Mikey habe ich erst in Köln so richtig kennengelernt, aber Mike Zabex, Olli, Me, Nova und dir war ich eigentlich der Connection-Punkt. Mhm. So. Ja, ich auch. Richtig scheiße. Gibt's nicht immer noch, oder? Ja, immer noch. Ja. Ich muss halt, hab ja Podcast mit dem, was ich... Ja, aber es hilft nichts, ja. Selbst so. Muss. Mittel zum Zweck. Er ist dein Elton. Ja, ja, ja. Ey, Spaß, lieber Mike. Äh, und dann seid ihr, seid ihr, seid ihr halt einfach so, also der ganze Freundeskreis witzigerweise so ergeben, dass wir jetzt alle hier sind. Ja, es ist so... Jeder hat so seine Rolle, so. Ja, es hätte an sich... Jeder ist sein Charakter, das ist halt so geil. Alles hätte theoretisch organischer laufen können, so, ne, ich hätte doch so irgendwann, wahrscheinlich wäre ich auch so irgendwann Streamer geworden, hätte ich einfach meinen Grind gemacht. Ja, klar. Aber so wie es gelaufen ist, ist es perfekt und wäre es anders gelaufen, wäre Armageddon. Also, wäre Zabex angenommen worden zum Beispiel und ich nicht, ne? Also, das ist ja schon mal die, wirklich sehr unwahrscheinlich. Genau, aber angenommen, Zabex hätte das Ding gewonnen und wäre Red Bull Creator geworden. 100 Prozent, er wäre untergegangen und hätte sein Leben gefickt, weil er war zu dem Zeitpunkt noch in der Ausbildung und er meinte, er hätte die Ausbildung abgebrochen damals. Er hat die Ausbildung jetzt fertig gemacht. Ja. Und er hätte die Ausbildung abgebrochen... Äh, boah, der hat gerade freigegangen. Der hat gerade auch Luftboxen gemacht. Na, ist auch egal. Mike wäre auf jeden Fall in Spandor... Jetzt tritt er da das Ding, okay. Also, Mike hätte... In Spandor wäre der untergegangen, weil diese Art von Content und Herangehensweise wäre nicht sein Ding gewesen. Nee, das wäre auch nicht sein Kreis gewesen. Das weiß ich aber auch nur, weil ich es ja erlebt habe. Also, das weiß man vorher nicht. Und er hätte die Ausbildung abgebrochen und stünde da. Er stünde einfach da jetzt. Ja. Und, äh, hätte Nova, wäre Nova angenommen worden, hätte sie niemals ihren Streamgrind durchgezogen und hätte niemals sich so entfalten können und mit anderen Leuten connecten können und wäre niemals die Streamerin, die sie jetzt geworden ist und wäre auch wahrscheinlich nicht bei 7.8 gewesen und so weiter durch diese ganzen Sachen, ne? Ja, aber sie hätte auf jeden Fall nicht die Publicity gehabt. Genau, genau. Und in dem Zeitpunkt ist sie ja auch geblowt, in der Zeit, wo ich bei Red Bull war. Und Mikey ist in meinen Augen viel besser einfach aufgehoben in der Rolle, in der er jetzt ist und er hätte, er ist ja angestellt bei Lena, also bei New Base und macht Sachen für Kevin und mit Kevin und arbeitet da sehr gut zusammen. Unfassbar guter... Unfassbar gut. Und der wäre dann nicht gewesen. Aber ich hätte mich zum Beispiel in der Rolle gar nicht gesehen. Also so wie es abgeändert ist, ist es perfekt. Ich habe, ich habe richtig viel... Ja, Mikey ist übel die Maschine, Alter. Ich habe richtig viel ziehen können durch die Sache mit, äh, mit, mit, mit Instinct und Red Bull. Ja. Ich liebe das nach wie vor. Ich bin da immer noch voll drinne und ich konnte dafür meine Videos machen. Ich hatte das verstanden. Die Art von Content ist auch meine. Olli hat übel krass ihre Moderationssachen ausbauen können. Ja. Äh, und Nova ist Streamerin geworden. Zabix hat seinen Scheiß gemacht, der ja auch nicht brand safe gewesen wäre. Wenn wir kurz von diesem Instinct-Thema reden, ich glaube, als Ausbildungsstätte, so für dieses ganze Themengebiet Content Creation oder Management-Weize, ist das echt gar nicht so verkehrt. Nee. Ich glaube, die machen schon gutes Zeug da. Ja, machen die auch. Aber auf einem soliden Level. Was ich gemerkt habe, ist, dass, also für mich ist es einfach kein Ausbildungsberuf. Nee, ich sehe es auch nicht als Ausbildungsberuf, aber im Sinne von, äh, du nimmst, glaube ich, viel mit daraus. Ja. Gerade aus dem, aus dem Umfeld, was du da hast. Voll. Weil man muss sagen, ey, das, das, der Erfolg kommt ja da auch nicht von ungefähr. Voll. So, die haben ja Ahnung von dem, was sie tun. YouTube-wise kann die, kann das, bricht das keiner. Das ist schon krass. YouTube-wise sind die super, so. Und das ist, äh, da, da, da kann man, kann man gar nicht schlecht. Streaming-wise in my opinion halt einfach nicht. Einfach nicht. Aber halt, genau, aber halt für diese Art von Streaming, die auch mich anspricht. Genau. Und generell, also, ne, die, die machen das schon gut, wenn Max streamt, hat der eh 7000 Video oder so. Ja. Stärzig macht sein Ding da auch, ich finde das cool. Ähm, aber es geht, also in meinen Augen war das halt, ich musste ja damals, hatte ja fixe Arbeitszeiten, dann und dann ins Büro. Genau. Dann und dann Zeit für Videos, dann und dann Zeit fürs Schneiden. Ich muss ja, man muss ja alles selber machen. Und dann noch Ideen für Twitch. Und das ist alles cool, aber in meinen Augen fehlt da auch ein bisschen die Geschichte hinter, wenn man eben, wenn man eben eine Work-Life-Balance hat. Auch wenn das vielleicht toxik klingt, aber ich finde, man braucht eben als junger Mensch, braucht man das nicht. At some point. Oder bist du? Warte, 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 jetzt Work-Life-Balance. Ich finde, ich finde, ich finde. Naja, du bist, du bist auf jeden Fall, du bist als, als junger Mensch. Resistenter, ja. Ja, deutlich, ja, ich sag mal, sag mal, beanspruchbarer. Du brauchst, also gerade, es gibt kein Jahr oder keine Generation, in der Mental Health so wichtig ist wie jetzt. Und das ist auch volle, volle Solidarisierung, finde ich super. Ist auch, ich wirklich, ich setze mich da richtig für ein und so weiter. Ja. Aber at some point finde ich, also ich finde, wenn du, wenn du dieses Influencer-Ding mit fixen Zeiten und Urlaub verbindest, kannst du es am Anfang sein lassen. Du kannst es einfach sein lassen. Von was Urlaub, Digga? Ja. Von was denn? Also das kannst du machen, wenn es wirklich darum geht, dass du mittlerweile so viel Stress hast, dass du einen Cutter brauchst. Das ist ja die Ironie bei diesem Hobby zum Beruf. Ja. So, und im Endeffekt ist das Problem an der ganzen Sache ist, dass man sehr schnell leicht da reinfällt und die Sache, ich bin ja auch schon jetzt lange dabei, so die Beispiele habe ich schon oft erlebt, dass bei diesem Hobby zum Berufsding viele einfach in Burnout reinrutschen, weil du hast Spaß an der Sache, verlierst aber komplett den Überblick und niemand bremst dich. Genau, genau. Du gehst da komplett rein und niemand bremst dich, weil niemand dir auch den Riegel vorschieben würde. Genau. Und dafür ist zum Beispiel dieser Rahmen, den Instinct gebracht hat, super gut. Ja. Wirklich gut. Wenn man jetzt zum Beispiel auch ein Management zum Beispiel sucht oder was weiß ich und eben genau das braucht, dann ist das auch wirklich geil. Also die Leute haben sich da schon wohl gefühlt, die das genau anspricht. Aber das waren halt alles eher YouTuber, in die das passt. Die halt sagen, boah, ich habe jetzt sieben Stunden am Tag geschnitten, hat jetzt da meine Aufnahmen und so weiter, jetzt gehe ich nach Hause. Musst du ja nicht, aber als Streamer musst du, zack, Clips, bam, 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 neue Ideen. Eigentlich rund um die Uhr. Genau. Aber ich glaube, das ist auch was, was man wirklich nur in so einem bestimmten Altersrahmen so richtig krass durchziehen kann. Und dann, guck mal, sieht man ja, es ziehen sich, Streamer, die älter geworden sind, ziehen sich auch immer mehr zurück, die halt auch schon so dick ihren Grab gemacht haben. Ja. So, das merkst du, und das ist auch völlig fein. Die haben trotzdem noch ihre Zahlen auf einem soliden Level, so, dass die immer noch Schweineblöd verdienen. Ja. So kann man keinem erzählen. Aber es ist schon, es ist schon merklich, dass halt der Sinn ist, okay, man streamt, holt möglichst viel ab. Du hast zum Beispiel ja vor kurzem Diskussion darüber, was Phoebe ja gepostet hat, dass Leute ihr schreiben, weil sie jetzt gerade 18 wird, so, ey, wie wäre es mal mit Ausbildung, dann mach doch mal eine Ausbildung. Also, ich sag dir, genau das Gleiche wirst du auch sagen, gerade mit der Erfahrung, die wir jetzt haben, gerade an dem Punkt, wo Phoebe jetzt steht, so, most stupid Vorschlag, den du machen kannst. So, weil die kann, die ist gerade in so einer Prime, die steht voll im Saft, die ist major auf Content, sie ist extrem, für ihr Alter extrem gut. Ja. Also, für mich ist Phoebe, was Streaming angeht, so, ich will nicht übertreiben, aber maybe so ein, so ein One-in-a-Million-Talent. Ja, schon. Weil die, das ist, also, das ist auch einfach, also, vom Look and Feel auch einfach, weißt du? Das, erst mal, guck mal, erst mal, das ist so weird cool, aber ich finde, sie sieht schon aus, als wäre sie irgendwie so Main-Character. Mhm. So, und, ähm, was ich halt am bemerkenswertesten finde, weil Phoebe ist halt wirklich das Alter. Ja. So, ich mein, die ist, wo haben wir sie kennengelernt, als sie 16 war? Ja, ähm, ja, ich glaub. Und da hat die ja schon alles abgerissen. So, und ich denk mal halt, ey, wo ist denn, wo geht's denn noch hin, dass die, dass die irgendwie so Mitte 20 werden? Wie lange laufen wir? Sorry, das geht. Noch weiter, noch weiter Erfahrung sammeln und krasser werden. Ja. Ey, wo soll das hingehen? So, wo ist bei der, wo ist bei der Schluss, dass man sagt, Alter, die, krasser wird sich mehr. Ja. So, weil ich find sie jetzt schon auf einem, auf einem Heavy-Level und was mich halt wahnsinnig stört, gerade so an dieser, an dieser Szene und vielleicht ist es so eine Entwicklung dessen, dass es alles immer ein bisschen, ein bisschen mehr toxisch wird und alles irgendwie ein bisschen mehr eklig und viel mehr Gossip so reingeredet wird. Ähm, aber was, was ich gerade so beobachte, ist, dass man, dass man, dass man zu nah an die Streamer rangeht. So, äh, es ist, man, man befasst sich nicht mehr. Man mischt sich oder man mischt sich in Themen rein, mit denen die Öffentlichkeit eigentlich zu tun haben sollte. Boah, die Fass würde ich auch noch gerne aufmachen. Wie lange laufen wir schon? Wir sind jetzt knapp. Okay. Kann man pausieren hier? Prinzipiell kann man pausieren, aber wir können auch weiter durchsuchen. Ne, ich muss unglaublich doll scheißen und hab zwei Vermengte. Ich merk, dass es gerade richtig weh tut. Du musst scheißen. Ja, ich würde kurz scheißen gehen. Oder wollen wir noch Folge 2 machen? Können wir auch, können wir auch gleich jetzt machen, aber ich muss unglaublich doll scheißen. Okay, kleines Päuschen überlebt. Wo waren wir stehen geblieben? Ähm, bei, I guess, übergriffigen Sachen auf Personen, wo Leute keine Ahnung von haben oder so. Ja. Wir waren bei stehen geblieben, weil Phoebe kriegt viel ab. Ja, stimmt. Ähm, und da war ja mein Tag so völlig, also, das ist halt völlig, völlig, erst mal ist Phoebe völlig unterschätzt. So, und, ähm, wird noch viel krasser, als sie jetzt schon ist. Ich glaub, die entwickeln sich noch richtig krass. Sie darf sich halt nicht zu sehr davon einnehmen lassen. So, aber ich denke, das geht jetzt. Ich find richtig geil, was sie für Rückgrat hat. Voll, voll, voll. Also, ich find's strong. Ich werd teilweise, wenn ich so zurückdenke, wie ich in dem Alter war, ist das schon, ist das schon krass. Hast du mitbekommen, dass die Julian Drexler geblockt hat? Einfach geblockt. Ja, sie, naja, sie war doch auch mal Wave-Signing oder nicht? Ja, ja. Ja, einfach geblockt. Ja, aber Wave gibt doch sowieso irgendwie, ist doch sowieso ein bisschen ein heißes Thema. Ja, ja, aber ich fand das witzig, weil genau darum geht's ja mit dem Abkriegen und so. Phoebe macht so ihr Ding. Ja. Und kriegt einfach so, immer, also, ne, diese Rohhard-Phoebe-Sache ist so geisteskrank. Schlimm. Ja. Also, so, die Leute checken das nicht und die machen da selber noch Witze drüber im Stream und so, das ist einfach respektlos, Digga, das ist toll. Guck mal, das sind so Sachen, das sind beispielsweise Sachen, wo ich mich immer nicht großartig einmischen will, aber ich, ich find's einfach, guck mal, ich find's einfach eleganter, wenn beide Parteien einfach ihr Maul halten zu dem Thema. Voll. So, und dann ist's halt gut. Es geht ja nicht mal um elegant, es geht einfach nur um Respekt, so. Also, guck mal. Ne, ne, ja, das meine ich damit. Wenn Rohhard da mit seinen Jungs da im Discord ist und die machen dann so, ja, kommt Phoebe oder fährst du mal da hin und so weiter, Digga, was ist das denn? Ist cool, ist nicht cool. Über-uncool. So, und das ist halt, äh, weil damit, damit, du guck mal, alle sagen, ja, ich will, dass das, dass das Thema zu ist, aber da reißt das halt immer wieder auf. Ja. So, die Leute werden, ne, greifen's immer wieder auf und machen's immer wieder zu dem Ding. So, und dann werden wieder Clips rumgeschickt, das ist das Problem bei Twitch, es wird irgendwas, wird über irgendwen erzählt, dann werden wieder Clips rumgeschickt wie Sau, das ist halt scheiße. Ja. Ne, aber im Endeffekt, ähm, waren wir, waren wir an dem Punkt eigentlich, glaube ich, durch. Ich glaube, wir sind da sehr einer Meinung. Ähm, was ich auch noch kurz anschneiden wollte, weil das vorhin, äh, beziehungsweise vor ein paar Tagen Thema war, in deinem Sabaton gerade, äh, der große, der große Spaß mit Menschen sind keine Tiere. Naja. Ja. Wie war jetzt der, wie war jetzt der, der Backlash im Nachhinein? Und wie ist, äh, wie ist da gerade der Stand? Naja, also, es, man, nicht so viel, wie ich dachte, aber es sind schon ein paar ganz nette DMs. Ja. Meistens so 16-jährige Cardi-Fans, die mich dann aufschlitzen wollen irgendwo in Köln. Mhm. Aber ja, ich mach mir darüber auch, guck mal, auch so, ähm, also die, was ich halt so krass finde, ich sehe alles wie 14, ne? Ja. Und bin ja auch eher in meiner, in meinem Content sehr der Goofy-Guy. Ja. Und auch eher so, ähm, nehme ich ja selber überhaupt nicht ernst. Nee. Aber Leute underestimaten ja trotzdem, was man für Freunde hat und was man für Leute kennt und so. Also, ich würde niemals so dumme Sachen machen wie irgendwem Drohnen. Weißt du? Ohne Backlash. Also, das ist ja auch krank. Guck mal, was ich mir denke bei den Jungs, die gerade, ich meine, das ist ja, könntest ja eigentlich beim Namen nennen, so Type Jasper und so weiter und so fort. Das sind Jungs, die eigentlich, äh, gerade poppen und gerade einen Jasper. Nein, beziehungsweise einen Jasper. Jasper poppen. Jasper poppen. Aber Teil, Teil, nicht so krass. So, aber, ähm, jetzt beispielsweise ein Jasper, Jasper ist krass am Poppen, wo wir aber auch schon gesagt haben, ey, der hat eigentlich, hat er an sich Potenzial. Den Gedanken, den ich mir nur dabei mache, ist, verbaut er sich nicht ultra viel dadurch. Das ist nämlich das Ding, was ich auch denke, ich will auch gar nicht so viel drüber reden. Nee, nee, easy. Äh, ich hab gestern beim Aufräumen, ähm, Alman Arabica gehört, die neue Folge, der Podcast von Stay und Karl. Ja. Und die haben darüber geredet. Ich hab, ne, ich hab mir einfach die, beim Aufräumen höre ich mir das immer an. Ja. Das ist der langweiligste Podcastist, den ich kenne. Ich schaue, ich mag den sehr. Und, äh, da ging's dann darum, so, dass die... Liebe Grüße an der Stelle übrigens. Ja, Mann. Da ging's dann darum, da haben die das Thema aufgefasst, so weiter. Ja. Äh, und da ging's auch darum, dass, also, die haben voll viel darüber geredet und auch über diese Leute und so weiter, ob das die neue Generation ist und so weiter. Und dass die halt teilweise diese moralischen Takes, wenn die die kennen und wenn die die verstehen und trotzdem dagegen sind, dann ist man halt ein Wichser. Aber wenn die einfach diesen Horizont nicht haben und sich da aktiv drüber Gedanken machen, dann ist das einfach eine Jugenddummheit. Weißt du? Ja, ich denk, so, so verbuche ich das auch. Nee, ich glaub nämlich anders. Ich glaub, die wissen ganz genau, um was das da geht. Weil irgendein Kompass oder irgendeine Moral oder so muss schon da sein, wenn man auf einmal auch dann zum Beispiel sagt, als Jasper jetzt, ich sag nicht mehr Hurensohn in meinen Streams und generell. Aber das ist halt immer so eine, weißt du, da steckt so eine richtige Narrative hinter, was okay ist und was nicht. Also, ich mach auch meine Jokes, die manchmal drüber sind, 100%. Natürlich, ja. Aber ich steh in einer ehrlichen Debatte für die richtigen Sachen ein. Ja. So, und, ähm, wenn man, es gibt halt immer diese ganzen toten Argumente von wegen so, ja, dann spiel ich jetzt auch eine Rolle. Ja, dann ist das auch alles eine Rolle. Aber ist es ja nicht. Na, dann macht man sich das ja zu einfach. Genau. So. Und ich glaube gerade generell so diese, das ist halt immer so diese Bubble von, es ist halt sehr typisch, das sind halt, also die Leute, die einem drohen so, die mir dann immer so drohen und die DMs leiden, das sind alle Leute, die entweder CD im Namen haben oder Profilbilder von irgendwelchen Leuten im Trikot, Barcelona-Trikot. Oder Rapper. Oder irgendwelche US-Rapper, irgendein Bild von Cardi oder irgendein Bild von fucking, ähm, Uzi. Wie, und weißt du, diese Aussagen so, das Ding ist, wenn man sich da richtig drauf vorbereitet, hat man, also ist das ein wasserlichtes Ding. So wie Veganismus. Man kann in der Debatte gegen Veganismus nicht gewinnen. Und vor allem. Immer argumentativ im Highground, wenn du, wenn du, wenn du pro argumentierst. Und dann gibt's da so Clips teilweise, wo die so sagen, ey, wer Rin gehört hat, wer Rin gehört hat damals, der ist jetzt auf dem LGBTQ-Spektrum drauf. Und dann macht man sich darüber lustig. Und dann gibt es da zum Beispiel auch so Sachen wie, äh, irgendwie die gucken, oder dieser Type guckt dann wieder ein Video von irgendwie, von Revie und so weiter und dann kommt dann eine rein und, ähm, die sieht halt einfach ein bisschen alternativ aus, von ihrem Style und ihrem Schminkart und weiter. Und dann, äh, wird da gesagt, ja, die identifiziert sich Safecall als, äh, Kühlschrank oder sowas. Ja. Und dann denk ich mir so, Digga, das ist halt kein Humor irgendwie. Sau, toter, toter Gag. Das ist einfach, dieser Kampfhelikopter-Gag. Ja, genau, dieser, immer wieder hört man das. Ja, ja, check. Das ist einfach totes Pein. Und es gibt bestimmt viele, die wild auf dieser Wave sind, äh, aber es ist so, das ist, das, das, das verwischt so ein bisschen den Diskurs, das ist halt dann einfach cringe. Das ist auch gar nicht als, ich meine das zum Beispiel auch gar nicht als Front, aber das sind halt wirklich, ich weiß nicht, wie alt der Type ist, aber die anderen, das ist halt Kinder. Ja. Ich bin auch noch sehr jung, aber die, wenn da einer einen längeren Satz sagt und auch nur ein Fremdwort drin ist, dann denken die, hu, 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 argumentativ gefickt. Weil, wenn der, wenn der mich dann fragt in der Debatte, du bist doch akzeptant gegenüber allem. Ja. Und ich sag, ja, nicht gegenüber Nazis. Und dann wird einfach nur die Frage gestellt, warum? Und ich kann's einfach nicht fassen, was da gerade gesagt wird. Und die Leute denken ja, weil ich nicht sofort schlagfertig das erklären kann, er hat ja einen Punkt gemacht, aber ist ja Quatsch. Nein, weil, im Prinzip bringt's sich ja so aus der Fassung, dass jemand so eine dämliche Frage überhaupt stellt. Also, kompletter Schock. Das ist eigentlich eine Frage, die man nicht stellen muss. Ja. So, das ist ja genau auch das, was du sagst, so, das muss ich nicht erklären. Nein, weil, es ist doch klar, warum nicht. Ja, ja. So, das ist ja auf der Hand. Ja. So, wenn man da noch irgendwie drüber diskutieren muss, frage ich mich auch, wo sind wir eigentlich vorbeigelaufen? Auch ganz wilde Sachen. Wilde Sachen, die die Leute aber nicht verstehen. Er hat halt metaphorisch, basically gesagt, jeder, der ein Muslim ist, hat irgendeinen Bezug zu ISIS. Das hat er halt gesagt, als Muslim. Ja. Das ist halt, also... Guck mal, weißt du, weißt du, was mein, was mein Take auf die, auf diese Truppe ist? Und ich glaube, ich meine, die sind ja jetzt alle so in dem Alter, weiß ich nicht, 17 bis 20? Wenn überhaupt. 16. Jasper ist 16. Jasper ist 16? Mhm. Guck mal, die sind jetzt in dem Spektrum, sagen wir dann 16 bis 19, 20. Bruder, ich schwöre dir bei Gott und ich reflektiere das auf das, wie ich war. In vier, fünf Jahren werden die so krass schämen dafür. Ja, auf jeden Fall, ist doch gut so. So, und das ist auch völlig fein und deswegen verbuche ich das so unter Jugenddummheit. Deswegen, also es rechtfertigt nicht. Nee. Es erklärt. Ja, weiß ich auch nicht. Nee, man kann schon Basel mit 16, aber das Ding ist halt, was... Selbstverständlich, natürlich, natürlich, natürlich. Aber, äh, ich glaube, in dem Punkt nehme ich es dann einfach nicht so ernst, wie es jetzt beispielsweise, wenn es von einem Mitte 20 oder einem erwachsenen Mann kommen würde. Ja, ich nehme es in dem Sinne ernst, weil du ja gesagt hast, ob die sich damit was verbauen und ich nehme es deswegen ernst, weil die Antwort ganz klar nein ist. Also in nachhaltigen, ähm, Standings, auf jeden Fall, also die halbe Szene hat gesehen, was da abgeht. Ja. Das wird im Podcast drüber geredet, Leute haben da jetzt eine feste Meinung, deswegen bin ich auch stolz auf, dass ich das gemacht habe. Ja. Normalerweise wäre ich mit denen gar nicht in eine Debatte gegangen, aber weil so viele Leute, die halt feiern, blind, es, es gab in meinen, es gab noch nie einen so krassen kleinen, kleinen Streamer-Personenkult wie um Jasper rum. Ja. Gab es noch nie. Tausende TikTok-Accounts, tausende Leute, die sich CD nennen, tausende Leute, die im Sprachgebrauch Jode haben und so. Ja. Das ist beachtlich, aber das ist halt genau diese, die Leute haben alle eine, keine richtige Existenz, keine richtige, die identifizieren sich nicht mit viel und dann kommt was, was halt genau dieses, diese ganzen Leute abholt, eben in dieser Szene, wo man dann live auf ein neues Album reagiert und US-amerikanische Rap fiert und so weiter, dass man halt, dass es gefährlich ist, dass man, dass Leute sich dazu zugehörig fühlen und kein krasse, keine krasse Standing hinzugefügt wird. Du kannst nicht einfach sagen, in der Debatte, natürlich akzeptiere ich alle so, more power to them, so LGBTQ, shout out to my gay people und auf der anderen Seite machst du es einfach nicht. Ja. Machst du einfach nicht, du moderierst das nicht, es wird einfach nicht gemacht. Es geht konträr zu dem. Ja. So, was du eigentlich, wie du dich eigentlich darstellen möchtest und was du dann letztendlich auch sagst. Ja, voll. Und das Ding ist, ich glaube nicht, dass das aktiv weniger wird und so weiter, eher wahrscheinlich sogar noch mehr, weil die ganzen Idiots werden halt abgeholt dadurch, die ganzen Twitter-Idiots, die halt da auch irgendwelche dummen Takes haben. Du siehst auch in jedem Post irgendwie N-Wort-Memes und was weiß ich, das ist alles nicht geil. Das ist einfach alles nicht geil. Es ist super, 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 super toxisch. Ja. Und das ist halt das, was ich so schade finde, weil ich halt, wir haben ja auch schon Wochen drüber geredet, wir hatten ihn ja schon viele früher auf dem Schirm als überhaupt jetzt der Mainstream oder beziehungsweise eine größere Masse den so mitgekriegt hat. Und da haben wir uns ja alle gesagt, ey, an sich, der hat so, der hat Potenzial, definitiv. Und es wäre jetzt auch Schwachsinn nur aus so persönlichen Gründen zu sagen, dass wir das total abstreiten. Ähm, aber ich ist so, so, wenn, ich guck's mit an und denk mir, ach, Bruder, das ist nicht, das ist nicht die richtige Richtung, in die du gehst. Nein. So. Und at some point musst du dich ganz klar davon distanzieren und abstreiten. Natürlich, ja. 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 Und die Sache mit Type so, das ist halt eine Sache von, also erstmal ist, schützt einen in den Toss nicht und es schützt einen auch nicht rechtlich und gesetzlich. Wir leben in einem Rechtsstaat. Es schützt einen nicht, wenn man sagt, ich hau dir auf die Fresse ingame. Das ingame ist scheißegal. Ja, ja, klar. Und es wurde halt, und es ist halt, also wenn da im Chat gesagt wird, äh, guck mal, beispielsweise dieses ingame ist ja eher aus einer, aus dieser exclusive Meme-Kultur raus entstanden. Ja, ja. So von wegen, so, äh, ähm, I hang myself, äh, ingame. Ja, ja. So. Das ist halt, ist eigentlich auch schon hart, so, ähm, aber ist dann aus so einer gewissen Meme-Kultur entstanden, um irgendwie diese Toss so zu spielen, beziehungsweise um, um die Twitch-Toss quasi zu passiflieren. Genau. Äh, ist aber dann, wenn man es ganz runter bricht, genau der gleiche Quatsch, wie wenn du es einfach weg bist. Es ist Quatsch, es kann in vielen Sachen eine komedische Sache sein, wenn die Sache, die gesagt ist, einfach nicht Toss ist und auch nicht gefährlich. Ja. Aber in einer Debatte, wo man halt, wo man halt, ähm, ähm, äh, also wo eine Opposition da ist, äh, und man dann in den Chat schreibt, yo, wir sehen uns auf der Gamescom, oder, Philo? Und wir trinken da bestimmt eine Cola, oder? Wird bestimmt cool, wir sehen uns bestimmt auf der Gamescom. Danach macht man den Stream an, stellt mich in eine rechte Ecke und macht dann eine Tierlist, wo man sagt, wem man auf die Fresse haut und zufälligerweise sind Maik und ich da drinne. Und dann sagt man, Bro, äh, mal gucken, wer da gejumpt wird, ingame, ingame, dann schützt einen das nicht. Nein, das ist ja, da haben die das wirklich gemacht. Also Type hat das gemacht. Da muss man schon mit, da muss man schon mit rechnen, dass da was kommt. Also wirklich, da muss man schon mit rechnen. Ja, aber. Da muss man schon mit rechnen. Das ist krass. Also nicht, dass da was kommt auf der Gamescom, sondern dass es einfach eine rechtliche Konsequenz dafür gibt. Natürlich, ja, klar. Ja. Nein, das hat keiner, keiner vorgefallen im Endeffekt. Nö, auf gar keinen Fall. Aber das müssen die, ich meine, das ist dann im Endeffekt, äh, ja, Leergeld. Ja, vollkommen. Na, mich stört das nicht, aber ja. Ja, klar. Nö. Du hast ja keine Aktien drin. Nö. Weißt du, was ich da sag? Na und? Na und? Weißt du, was halt witzig war? Na. Karl, also Decalden, hat das ja im Stream angeguckt, ne? Ja. Und meinte dann so, ach, jetzt wollen die da Fülle auf die Fresse und auf der Gamescom und so. Da muss ich wieder acht Antifas aus Deutschland ein Gamescom-Ticket holen. Und dann kam einer in den Chat, der heißt Che Guevara 1312. Und der hat einfach nur in den Chat geschrieben, ich werde da sein. Geil. Oh mein Gott. Ey, ich hoffe, da passiert einfach nichts. Also da ist sich da niemand auf die Fresse. Eigentlich, am liebsten wäre mir, wenn die Gamescom wirklich flawless durchläuft. Ich weiß, dass ich viel zu tun habe, deswegen werde ich da gar nicht bei der Szenerie viel stattfinden, was ich eigentlich ziemlich gut finde. Aber es ist Gamescom, wir wissen alle, zu Gamescom geht irgendein Shit down. Irgendwas wird passieren, irgendjemand wird sich streiten, irgendjemand wird sich fast auf die Schnauze haben. Es ist halt irgendeine Outcast-Sache auch. Das Ding ist halt, gerade durch solche Sachen, also diese Leute werden niemals an Sachen participaten, die wirklich cool und big sind. Nee. Also es wird niemals, die werden niemals, keiner von denen wird jemals sowas wie eine Red Bull Area accessen oder irgend so eine, so eine... Nee, und das hat man sich schon so früh verbaut. Komplett. So. Komplett. Und auch sehr nachhaltig einfach. Ja. Das ist nicht schlau. Aber das Ding ist, das brauchen die auch nicht für den Type, den sie fahren. Die fahren ja diese Fuck-You-Area. Äh, fahren Fuck-You-Ara. Zum Beispiel, weißt du, ein Mike, der hat sich überhaupt nicht nachhaltig versaut. So, der hat es ja irgendwie noch geschafft. Ja. Aber die machen es sehr nachhaltig, muss man schon sagen. Ja. Fast schon Respekt an der Stelle. Ja, ja, das stimmt. Nachhaltig. Ey, was ja gerade Thema ist, wir haben vorhin schon drüber gequatscht. Wir sind ja gerade so ein bisschen am Muck gemacht, wir zwei Mäuse. Ja. Im Sabaton haben wir jetzt aber ein bisschen pausiert, weil du ja viel zu tun hattest. Ja. Wie ist da gerade der Start? Du hast jetzt gerade neu released. Schiff kam raus. Ja. Ist übrigens, damit ich das hier mal direkt als erstes sage, Schiff ist, ich bin ja sehr cool mit Proxy und Leander und Noah und so weiter, also die Super-Swag-Jungs über Vater und Boyfriend mit meinem Fahrrad und wir waren mal so Session über Discord einfach mal ein paar Songs gezeigt und die Melodie von Schiff ist von denen quasi. Ich meine so, ja, wir releasen das nicht. Und die meinten so, ey, kann ich das machen? Kann ich die Melodie einfach nehmen und so weiter? Und die meinten so, ja, safe. Gucken, wenn wir das doch releasen, sagt Bescheid und so weiter. Und dann habe ich im Stream Schiff gemacht, also im Stream, wo Proxy auch im Chat war. Ja, und die reasonen das jetzt aber doch, weil Kira den Beat nachgebaut hat. Oh, okay. Und jetzt habe ich das aber zuerst released, weil wir ja nicht mehr uns über diesen Song geupdatet haben. Also basically ist Schiff, die Hook von Schiff ist halt ein Cover von dem Song von Proxy, der ja noch rauskommt. Ah, okay. Damit die Leute das halt checken, dass es nachher am Anfang so aussieht, als hätte ich da die Melodie gerippt und vorher hochgeladen, bevor das andere kam. Auf korrekt Credits gegeben. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, safe, safe, safe. Und das ist auch so eine geile, ich finde das ist irgendwie so ein geiles Movement, weil, und das finde ich auch immer so geil an unserer Freundschaft. So, du bringst mir so die Sachen wieder, die ich irgendwie so voll aus den Augen verloren habe. Und du bringst mir nur Ärger. Nein, ich bring dir nicht nur Ärger, Felix, ich bring dir Freude und Wohl, Wohl Sinn. Klar. Es ist gerade echt wunderschön, die Blätter fallen, Wind ist gut, ist wunderschön gerade. Es bläst schön, zum Glück haben wir die Deadcats draus, sonst hätten wir richtig Probleme. Wir haben richtig Ärger, Rambazamba. Sonst hätten wir richtig Banane hier. Ja, Musik, sehr viel Musik. Musik, aber läuft. Und das Wilde ist ja, es kommen ja, du hast ja Cheatcodes und zwei iPhones rausgebracht und die Leute feiern das. So, einfach so out of nowhere. Ja. So, und ich glaube, das wissen viele, du hast tatsächlich auch voll den musikalischen Background eigentlich, ne? Ja, ja. Also durch deinen Vater. Ja. Und du spielst selber Klavier. Ja, nicht mehr. Aber du hast Klavier gespielt. Ich habe neun Jahre Klavier gespielt, seit ich vier bin. Ja, aber auch eigentlich krank. Krank, aber ich kann auch Noten lesen, aber ich konnte nie nach Noten spielen. Ich musste immer nach Gehör spielen und immer nach Lernen. Also ich habe immer gelernt. Hast du vollkommenes Gehör? Also, ich glaube nicht. Nein. So halb. Halb, also einfach gutes Gehör so für was es klingt. Also du könntest dich quasi rantasten. Ja, ja. Ja, ja. Also rechte Hand auch so, wenn jetzt zum Beispiel ich einen Song nachspielen soll, dann brauche ich halt eine Minute und dann kann ich den Song mit der rechten Hand nachspielen. Ja. Aber ich verstehe auch nicht so viel von Musiktheorie tatsächlich. Okay. Mit, also was, wann, welcher Chord. Große Terz, kleine Terz. Ja. Quinte. Septime. Oktave. Aber ja. Aber ja, nee. Also ja. Ich habe einen musikalischen Background, aber halt nie so theoretisch. Mein Dad wollte mir das immer beibringen und so weiter, aber ich hatte da nie Bock drauf. Auch einfach. Ich habe auch damals mit vier, wollte ich halt Super Mario Songs auf dem Klavier klimpern. Und deswegen wollte ich damals auch Klavierunterricht machen, weil ich dachte nur so, ich will einfach die Songs nur spielen können, die ich will. Aber das reicht dann auch. Ja, das reicht mir. Der maximale Anstieg. Ja, ja. Ich will auch gar nicht so, da musste ich ja trotzdem Klaviertheorie ein bisschen lernen, aber ich habe das halt alles vergessen. Ja. Also keine Ahnung. Wenn ich mich ohnehin heransetze, bestimmt aber. Ja. Und jetzt läuft das aber, alle drumherum feiern das. Das ist das Geile, dadurch, dass du halt so in dieser Scene bist, die Songs werden krass gepusht. Digga, wer ruft mich jetzt einfach jetzt nicht? Die Songs werden krass gepusht und kriegen übel Plays. Zwei iPhones seit jetzt wieviel Plays? Eins, drei. Eins, komm, Digga, eins, komm, drei Millionen. Ja. Wie bescheuert das eigentlich jetzt, ne? Das ist krass, ja. So, äh, wo sind wir gerade bei Cheatcodes? 500k. Auch so verrückt, krank. So, und du hast jetzt, du hast jetzt drei Songs released. Also Schiff ist der dritte. Ja, genau. Also Hyperpop-Sache, ne? Davor ja mit Mike, also Zabex, so drei Meme-Songs. Ja, die Funtracks, ja. Ja, äh, genau. Ja, also, ja. Kommt wieder ein Weihnachtssong? Ja, ich denk schon, aber ich muss, also wie gesagt, ich nehm das von Spotify auch runter, von meinem Profil. Ich schenke das einfach alles Mike. Okay. Weil ich will, also ich find, ich steh da natürlich nach wie vor irgendwo hinter, für die Zeit, in der das passiert ist, so Weihnachts-Vibe eins, dann, ähm, äh, Zaubertrank und 40 Grad, es sind alles. Aber du willst jetzt so ein, also das ist alles irgendwie, also alles zusammenpasst. Ja, ein Produkt schaffen, ein Feeling schaffen, weil es macht keinen Sinn, wenn da wirklich seriöse Sachen sind, wie zwei iPhones und Sheetcodes und so weiter und dann drunter ist dann so Weihnachts-Vibe, so, weißt du? Ja, check it. Also es muss einfach von dem Profil runter, damit es stimmig ist, aber ja, ja, also klar, ich mach wahrscheinlich einfach dann ein zweites Ego auf YouTube oder so und dann, äh, kommen da so Trash-Sachen. Ja. Ich will auch Sex mit Alles, ist ja auch Ultra-Banger geworden. Ich will befreien, dass die wollen das nicht auf Spotify machen, aber kann ich nicht machen eigentlich. Ja, aber komm, wenn du jetzt daran zurückdenkst, wie du quasi angefangen hast und so, jetzt ist, ich mein, ich, ich kenne das ja selber, so, die Leute, die, die man damals so gefeiert hat und so, vielleicht auch so idolisiert hat, sind jetzt einfach so Homies geworden. Beispielsweise ein El Goonie. So. Und das ist ja total abgefahren, oder dass wir halt einfach so mit, mit Kira zu tun haben. Übrigens, Kira, muss ich mich auch, ich muss dem, ich muss dem antworten, ich hab voll vergessen, ich wollte dem eigentlich schreiben, äh, weil mit dem, soll auch noch eine Corner kommen mit Navy und Kira, müssen wir alles noch erledigen. Äh, aber es ist jetzt so voll nah dran. Guck mal, also für mich beispielsweise hier in Köln, so, GoldRodger ist auch so voll der Homie geworden. Der hilft zu meinen, zu meinen, da hab ich meine, meine Zwischenprüfung, da hab ich immer so Abgaben, hab ich alles so, hab ich GoldRodger Album gehört, alles auf dem letzten Drücker, in so ein, in zwei, drei Nächten alles durchge, durchgeballert. Bruder, das war genau die Zeit, und jetzt, wenn ich so dran denke, bruder, jetzt ist der einfach so in meiner, in meiner Kontaktliste, so drin, so auf Casual, weißt du, man trifft sich irgendwie, um Eis zu essen oder so ein Shit. Ja, ja. Völlig abgefahren, aber es ist halt diese, das hat man halt so gezeigt, das ist irgendwie alles möglich, so, und das ist halt so geil. Und bei dir ist es so, du machst dir einfach alles, alles möglich und hast irgendwie keine Angst davor, einfach neue Sachen ausprobieren. Ne. So, das ist was, was ich so krass respektive, so, das, das, das geht gut vorwärts. Ne, aber was, was steht an? Gibt's schon irgendwelche, irgendwelche Pläne? Ja. Du hast jetzt heute auf Twitter schon was gepostet. Ich hab auf Twitter schon was gepostet, also, das Ding ist, ich, Musik ist halt so, ich mach das einfach immer so nach Lust und Laune. Ist ja auch genau der richtige Ansatz. Genau. Und das ist halt so ein bisschen mein Ausgleich zum Streamen, ne, also ich stream ja dieses Jahr jeden Tag, und sechs auf hier rein, das ist ja auch meine Hauptsache, meine Hauptsache so, YouTube, Twitch und so weiter, und irgendwann braucht man so einen Ausgleich, irgendwas Kreatives trotzdem, das ist aber ein Hobby. Und dann hab ich irgendwann einfach so mit Musik angefangen, weil ich halt schon immer das ganz geil fand, ne, dann hab ich mir so Sachen erklären lassen und so weiter, und ich kenn auch wirklich, ich kenn mich nicht wirklich viel aus und so weiter, dann hab ich auch immer mal wieder Tutorials geguckt, und dann irgendwann hab ich natürlich diese ganzen Sachen so released mit zwei iPhones, Cheatcodes und so weiter, immer mehr Zuspruch bekommen und so weiter, und ein paar Leute aus der Musikszene, zum Beispiel Aguni, hat auch richtig Props gegeben für Cheatcodes und fahr halt auch zwei iPhones, und dann haben wir uns mal so getroffen und auch mal so ein bisschen geklimpert und so weiter, dann haben wir im Stream auch einen Song gemacht, der jetzt auch released wird, und, äh... Kleiner Hase. Kleiner Hase, ja. Und, äh, ja, was steht an, also ich will, also ich hab ja letztes, dieses Jahr auf den Splash gesagt, ich will nächstes Jahr irgendwas auf den Splash machen, aber das ist halt so big, das muss auch gar nicht sein. Aber das ist auch so dumm, wir standen da und haben uns dann, das fand ich auch, das ist halt so ein geiles Ding, weißt du, wir standen da auf den Splash und ich weiß so genau den Moment, wir standen da und sagten, Digga, das ist voll geil eigentlich. Ja, lass auch machen, so, und da war ja für mich so der Punkt, ja, safe, wir setzen uns zusammen, und dann haben wir ja auch angefangen, äh, so, sowas zu machen. Ja, und hat ja auch funktioniert, also ist ja auch geil geworden. Ja, es kommt ja was raus. Ja, ein Song, Song. Willst du schon, äh, liken, wie du heißt? Was ist dein, dein... Naja, ist mein, ist mein, ist mein Alter Ego. Ja? Na, nee, nee, das werden die Leute sehen. Okay, krass. Da müssen die Leute selber drauf kommen. Ich bin immer noch dafür, dass du Henke heißt, aber... Ja, Henke, ich würde Henke dann so anderes Zeug machen, glaube ich, darunter, weil der Name dann besser passt, weißt du? Ja, okay. Aber ich finde gerade so, wie es jetzt, wie wir das so releasen, für die Projekte finde ich es eigentlich untergegeben und ich feiere die Projekte auch. Ja. So, daher, ey, ich hätte richtig Bock, so, dass wir, dass wir irgendwie ne... und der andere Name und Philo EP irgendwie so rausbringen, wo wir einfach so nur zu zweit so ein paar Tracks raushauen, weißt du, dass man das einfach so releast. Ja, Musik, also, das Ding ist halt so, gerade Musik, ich finde, Musik ist ultra schwer zu connecten, aber auch ultra wholesome. Voll. Weil ich bin da drauf gar nicht aus, mich aktiv zu connecten, weil ich finde das peinlich, weil es ist, also, nicht peinlich so, ich mache das super gerne, aber im Sinne von, ich maße mir gar nicht an, mitmischen irgendwo zu können. Ja, ja. Weil ich, das ist wirklich ja mein Hobby noch. Ja, aber guck mal, wenn du es gut genug machst, und das passiert ja, wenn du es gut genug machst, dann passiert das von alleine. Genau, genau. Und dann Lucy... Das ist ja total organisch. Das ist super organisch und das liebe ich daran, weil es ist nicht so eine Fotzenszene wie Twitch. Nicht so eine Fotzenszene bis jetzt. Ja. Es ist einfach nicht so, es ist wirklich organisch und man kriegt einfach für das, was das höchste Gut ist, nämlich die Kreativität und nicht für Zahlen. Du kriegst für die Kreativität, die dahinter steckt, Props. Ey, der Song ist geil, ich höre den im Auto. Dicker, es bedeutet mir viel mehr als irgendwie, boah, ich habe gesehen, dein Video hat 100.000 Views, Props. Ja. Ja, ist auch so. Ja. Und deswegen denke ich mir so, das ist so ultraholzum und mental erleichternd. Ja. Was jetzt passiert ist, ist... Aber ich fühle es beispielsweise ähnlich mit diesem Podcast hier. Ja, ja. So, jetzt ist es so... Genau. Es ist so, klar, ich habe, was wir ja vorhin schon meinten, seit ich diese Connections habe, habe ich halt natürlich große Gäste dabei, macht ja Sinn, bei einem Interview-Podcast. Ja. So, aber man muss auch dahinter so denken, ich habe diese Connections ja nicht von ungefähr. Ja. So, ich habe diese ganzen Leute ja auch irgendwie kennengelernt und kenne die auch, weil die irgendwie, weil die mich glücklicherweise mögen oder whatever. Genau. So, und es ist ultra, ultra cool oder so belohnt, wenn Leute irgendwie auf einen zukommen und dann so... Ich war gestern einfach, ich war gestern einfach in Köln unterwegs und einer kommt random um die Ecke und sagt so, ey, ich feiere die Corner. Und das ist so verrückt, weil noch schauen nicht viele Leute die Corner. Also wir sind gerade in einem Durchschnitt, das ist eine Folge, was ich schon heftig finde, weil das ist jetzt Folge 11. Wir machen jetzt Folge 11. So, und jetzt, wo wir gerade aufnehmen, released morgen Folge 10 mit Revi. Mhm. So. Wir sind jetzt in Folge 11 und haben schon, und ich habe schon auf jede Folge im Schnitt, boah, 7000 Hörer. Mhm. Was schon insane ist für Podcasts, so, ist Wahnsinn. So, und, äh, dass ich schon, dass ich das schon so auf die, auf die Streets so quasi ausbreite, dass Leute zu einem kommen und sagen, yo, ich feiere den Podcast. Ja. So, und das ist halt, für mich ist das so das erste Projekt, was so nachhaltig ist und was auch wirklich von mir ist. Und auch was, wo ich, wo ich, glaube ich, am besten reinpasse. Und, äh, das ist halt einfach übel belohnt. Und es gibt halt viel mehr, vielleicht ähnlich wie bei dem Songling, dass die Leute halt sagen, ey, ich höre das bei der Arbeit, ich höre das auf dem Weg zur Schule, ich höre das zum Einpennen. Ultra geil. Ja. So, wenn, wenn einfach die Kunst, die du machst, und ich betitel es jetzt einfach mal als Kunst, so kann man ja sagen, wie man will, äh, die Kunst, die ich mache, wenn das irgendwie sich in den, in den Alltag der Leute integriert, dann ist das ultra geil. Genau, das ist... Wenn es, wenn es, wenn es einem irgendwie den Tag besser macht, ist das schon alles. Ist das schon alles, ja. Ja, ja, das ist übel geil. Bei mir ist es auch, was alles betrifft, Musik auch vorrangig, aber auch, ähm, generell so, äh, wie nennt man das, ansporn-technisch oder das, was man, ich halt gerne machen will. Ich will halt viel lieber mit Leuten was machen, deren Scheiße ich ultra cool finde, als Hype. Zum Beispiel mit, also mit Personen, der ich ultra gerne mal irgendwas machen würde, ist Kyla Scheix. Ja. Ich finde die so nice. Die ist auch cool. Die machen so gute Sachen, Alter. Shoutouts. Shoutouts, Kyla, Alter. Big Shoutouts, Alter. Big Support erstmal. Ja, Mann. Und Big Shoutouts an Kyla, weil die ist Ballerin, Digga. Volle Soli. Volle Soli, ja, Mann. Das ist wirklich geil. Shoutouts. Und jetzt musikweise, kann ich ja gleich mal sagen, heard it here first, äh, verifiziert. Bruder, ich find's so geil, Digga, ich schwör bei Gott. A, nicht komplett, das sind auch sehr, sehr großer Veri-Fan. Du musst, du musst ein bisschen gutes Wort für mich, ich hab sie schon mal angeschrieben, aber sie hat mir nicht geantwortet, du musst gutes Wort für mich einlegen, dass sie in die Corner kommst. Ja, Mann. Komm hierher, ja. Komm in die Corner, ja. Wenn sie in Köln ist, wir machen's, also pass auf. Veri ist mir, ähm... Ich hab sie ja actually eine Woche geghostet, ne? Erzähl die Story. Ja, ja, also ich hab verifiziert schon, natürlich schon gehört mal. Ja, ja, klar. Hab auch Songs in der Place und feiert zum... Also Lady Boba ist kranker Hit, aber One Call Away auch... Also die macht einfach guten Scheiß, so. Ja. Und hat auch ein richtig gutes Standing und so weiter. Cool. Und, ähm, irgendwie ist sie mir auf Instagram gefolgt, ich hab das mitbekommen. Mhm. Und auch auf TikTok ist sie mir gefolgt, so. Ja. Und TikTok bin ich ihr nicht gefolgt zuerst, aber bin ich zurückgefolgt, weil ich folge halt einfach... TikTok mach ich nicht mehr so oft auf, einfach gerade. Muss ich aber wieder mehr machen. Und, äh, dann hab ich gestern eine Story gepostet, wo ich, ähm, den ganzen Aftermath vom Sabaton aufräume und ich hab halt keinen Wäschetrockner. Und ich musste halt meine ganzen Wäschetrockner... Ja, da hast du mir auch noch geschrieben. Ja, ja, genau. Und dann dachte ich mir so, ja gut, was mach ich jetzt? Ich muss trocknen. Und am Endeffekt hab ich alles einfach nur zwei Stunden lang geföhnt mit Handarbeit und so weiter. Aber ich dachte mir so, ich google mal kurz, wie kann man das vielleicht salvage-trockner machen, so, ne? Und dann stand da wirklich einfach in einem Backofen auf niedrigster Stufe und halt zugucken, damit nichts brennt und steht. Und ich hab das halt gesagt, ich mach das jetzt nicht, aber ich mach's für eine Story is funny. Und dann ist verifiziert, da hat er auf diese Story geantwortet mit Nein. Und ich so, wie nein? So, und dann kam irgendwann aber der Satz aus dieser Konversation, sie hat dann geschrieben, ich find Sheetcode übrigens übergeil. Ja. Und da ist mir das Herz aufgegangen, weil ich dachte mir so, Digga, von einer Person, dessen Musik ich sehr, sehr... Die es auch for living macht, weißt du? Ja, die das for living macht, dessen Kunst und Brot das ist, sagt, dass Sheetcode bis dato mein Favorite Song auch geil findet, ist für mich irgendwie voll erfüllend. Und ich hab das richtig gemeint. Das ist wie so Ritterschlag, Digga. Genau, voll. Und dann meinte sie, vor allem weil ich sie auch feiere, also ihre Songs. Und dann, es wäre zum Beispiel anders, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie, egal ob es jetzt größer ist, aber ich hätte es jetzt in Tilo gesagt, hätte ich das auch cool gefunden, aber es wäre nicht so, nicht bezugmäßig so gewesen. Und dann hat sie gesagt, ey, du hast mich auch, du hast mich geghostet auf TikTok schon eine Woche. Ich dachte, du magst mich nicht. Und ich so, wie, was? Und dann hab ich geguckt. Und auf einmal unter dem Post, wo ich einfach nur in die Kamera geguckt hab und gesagt hab, mach mal Sound zu Cheatcodes, hat sie geschrieben, ich würde gerne einen Song mit dir machen. Und ich hab das gesehen und ich dachte mir so, Digga, what the fuck. Und dann haben wir so ein bisschen gequatscht. Wir haben bis drei Uhr nachts Nerdtalk gehabt, über was wir mal gespielt haben und so weiter. Und Status Quo ist einfach nur, wir machen einen Song zusammen, so einen Y2K-mäßigen Song über Gaming, also Gaming einfach mit drin, so 90er, 2000er und sie kommt auch in den Stream. Und die krasste Sache, hörtet ihr wirklich first, sie macht ja jetzt ein Konzert, also sie macht jetzt auf Tour und in Köln bin ich, trete ich wahrscheinlich auf, das ist alles immer live. Digga, das ist so geil. Mit Cheatcodes. Veri hat mich gefragt, ob ich auftreten möchte auf ihrer Tour in Köln. Muss ich eigentlich machen. Digga, ich bin auf jeden Fall am Start und supporte den Shit, Digga. Ja, Mann. Aber ja, genau, so Musik ist einfach so, ja, ich mach das einfach mal und guck einfach mal. Also ich kann mir zum Beispiel, dieses Jahr widme ich halt vollkommen Streaming, stream jeden Tag, aber nächstes Jahr könnte ich mir vorstellen, dass ich einfach nur noch jeden zweiten Tag streame oder dreimal die Woche und mehr auf Mucke und mehr so mach, ja. Ja. Weil es macht halt Spaß. Und genau, und bei Mucke ist es zum Beispiel so, ich, klar, also sowas wie ein, wenn man jetzt als Musiker sowas anschreibt wie ein, ich könnte jetzt sagen, ich hätte gerne mal ein Feature mit Rin. Aber ich, initial sollte man sagen, man sollte erstmal seinen eigenen Scheiß finden, aber da geht es bei mir auch zum Beispiel eher um Standing als um Größe. Ich würde so gern was mit dieser Replay-OK-Bubble machen. Ja. Ich finde, der ist so, also Replay-OK ist krass und wenn ich absolut feiere, in jeder Hinsicht, künstlerisch ist Babybands. Ja. Ja, also die Leute ahnen das auch nicht. Weißt du, die geht da einfach hin in ihrem Y2K-Look, stellt sich da irgendwo hin und filmt sich einfach nur, wie sie auf einer Rollstabie steht, aber es ist so gut, es ist so gut und die Songs sind so geil einfach. Die Musikvideos haben alle irgendeine Narrative, es ist so nice, ein Musikvideo ist 360, Bro, die macht so krasse Sachen und die Leute, die das haten, checken es einfach nicht. Ja. Das ist was, was in meinen Augen unhatbar ist. Es ist natürlich immer noch Geschmackssache und subjektiv, aber richtig haten kannst du nicht. Und das ist genau der geile, das ist der Scheiß, wo ich mich richtig drin suhle. Dieses, der Schmetterling ist ein Hit. Habe ich dir mal Willow Kane gezeigt? Das ist Artist aus UK. Nee. Die macht aber auch, die ist auch so in diesem Y2K-Style. Mhm. So, die würdest du glaube ich feiern. Ich habe tatsächlich, und das war die Connection, die du gebracht hast, als wir die die ersten, die ersten, ich sag mal, Entwürfe von unserem Track quasi zu Kira geschickt haben, hat er mir auch geschrieben. Ja. So, beziehungsweise ist mir so reingefolgt und so. Und da haben wir auch voll den Nerdtalk gehalten, weil Kira voll in diesem so alte deutsche Musik so drin ist, weißt du. So, und was so Schreiben angeht und Texten und solche Sachen. Und wir haben uns da voll drüber ausgetauscht. Da haben wir auch so über neue Mucke geredet und da hat er mich gefragt, so was ich zu hören wird und was mich so Mucke-mäßig interessiert, wenn ich jetzt Mucke auch so mehr machen möchte. Da hab ich ihm gesagt so, ey, so Dominik Falk, hat er alles geahnt, er hat genau den gleichen Schritt wie ich. Kira nochmal, krass, ich hab das Gefühl, Kira hat den ganzen Tag nur Mucke. Ja, ja, ja. Und macht auch irgendwie die ganze Zeit nicht. So, und ich frag jetzt, weil Willow Kane ist in Deutschland gar kein Thema. Mhm. So. Weißt du, der, kennst du Willow Kane? Die ist jetzt dadurch am meisten gepoppt, dass die auf den FIFA-Soundtrack drauf war. Ah. Und den FIFA-Soundtrack, muss man sagen, ist immer geil. Ja. So, die nehmen auch viel aus UK-Fans und UK-Fan, was so Mucke angeht oder was so Popkultur angeht. Und, äh, sagst du, ja klar, Willow Kane, ahne ich komplett, hab ich schon voll lange auf dem Schirm. So, und der, der kennt jeden Scheiß. Wo ich mir halt denke, oh Bruder, da bin ich jetzt Insider. Das kennt wieder, das zeig ich den Leuten, oh, das kennt wieder keinen Schwanz. So, und das ist immer so, ach, schade, weil die Leute hätten es mehr verdient, dass man so hört. So, Kira kennt die ganze Scheiße. Da haben wir auch bis spät die Puppen drüber gequatscht. Aber holen wir alles doch nach in der Corner. Äh, so, wie weit sind wir jetzt? Alter, wir haben schon wieder. Nach der Pause schon wieder eine halbe Stunde drauf. Weißt du, was jetzt kommt, Felix? Weißt du, was wir jetzt machen? Was denn? Das Körnlichst Buch. Okay. Wir kommen nämlich zum Corner-Buch. Das ist nämlich der Abschluss einer jeden Folge. Mhm. Ja. Kannst du dir vorstellen, was da passiert? Nee. Weißt du? Nee? Gar keine Idee. Gar keine Idee. Erklär es bitte nochmal. Es ist unser Freunde-Buch. Das Corner-Buch ist unser Freunde-Buch, wo alle meine Freunde in der Corner, sich verewigen dürfen. Und dann gehen wir ein paar Fragen durch. Und wenn du möchtest, wenn du Lust hast, möchtest du, Felix? Ja. Dann gehen wir das jetzt durch. Gehen wir durch. Also Name, Felix. Ja. Äh, Spitzname gibt es viele eigentlich. Ich nenne dich mal Philoki oder Fee. Ja, Fee. Fee ist eigentlich cool. Ja, mein Name ist ja daraus entstanden, dass es keinen richtigen Spitznamen für Felix gibt. Ich habe einfach gegoogelt, Spitznamen Felix. Und dann stand F-I-L-O-U, Philu. Ja. Und dann fand ich scheiße, sah scheiße aus. Ja. Habe ich weh draus gemacht. Das war es eigentlich. Feli. Also, Philoki? Flixi. Philoki? Flixi auf gar keinen Fall. Philoken? Fee. Nein, ist aber auch cringe. Das ist halt kein richtiger Spitznamen. Nee, einfach Felix so. Felix. Das sind halt zwei Silben. Was willst du da machen? Wenn man dich ansprechen soll, wenn man dich kennenlernt, am besten einfach Felix. Ja. Was hast du Geburtstag, Felix? Am 16.02. Eins. Das Eins. Das ist halt krank. Aber geil, ich lieb's. Du bist halt ein Scheißkind. 2001, ich lieb's. Nach dem Millennium. Ich hab das Millennium miterlebt. Ja. Was ist das für ein Sternzeichen? Wassermann. Wassermann? Mhm. Borderman? Ja. Nick ist auch Wassermann, glaube ich. Na und? Ja, egal. Nicht schlimm. Weißt du, dein Ascident, weißt du das? Nee. Ja, ist auch egal. Wenn du beispielsweise trinkst. Du trinkst ja gern Sachen. Ja. Ja. Was ist dein Lieblingsdrink? Egal was. Kann mit und ohne sein. Alkohol. Also mein Lieblingsdrink. Oder ist egal. Schon ein Cocktail oder was. Was trinkst? Weil ich am liebsten trinke. Ja. Wasser. Ja. Zitrone. Kalt. Oh. Das ist aber eine bessere Antwort als die klassische. Und da, vielleicht krieg ich irgendwann nochmal auf den Deckel dafür. Ich sag mal, das ist die typische Jodie-Antwort, weil die sagt, so Wasser. Ja, nee, nee. Das fand ich langweilig. Wasser ist boring as fuck, aber auch geil. Da muss das mit drin. Das muss still sein. Ja. Aber mein Lieblingsgetränk wirklich, was ich jeden Tag trinken könnte, was ich übergeil finde. Ich liebe auch Zitrone. Einfach kaltes Wasser mit Zitrone. Vielleicht so ein bisschen Pfefferminz noch obendrauf. Peppermint? Peppermint. Aber das liebe ich. Das kann ich. Peppermint. Und ist auch schweinegesund. Und schmeckt auch gut. Schmeckt lecky. Ja. Das ist mein Lieblingsgetränk, glaube ich. Auch mal die Vitamins mit rein, ne? Mhm. Klar. Was ist eine Sache, die keiner weiß über Felix? Keiner weiß über mich. Über Philo. Was hast du noch nie erzählt? Was habe ich noch nie erzählt? Ich habe... Das habe ich bestimmt schon irgendwann mal erzählt. Ich hatte noch nie in meinem Leben Nasenbluten. Das war halt ein random... Das ist noch nie Nasenbluten? Ich hatte noch nie in meinem Leben Nasenbluten. Ich hätte gedacht, du wärst so ein Kind, was immer Nasenbluten hat. Nein, nein, nein. Ich hatte kein Pflaster auf dem Auge. Nein, weißt du, was jemand dachte? Du bist so ein Kind, was immer Apfelsaft so in der Tasche hat und das kippt immer aus. Dann riecht das ganze Klasse auf Apfelsaft. Nee, das nicht. Aber ich hatte immer Apfelsaft mit. Ja. Ja, aber nee. Ich hatte noch nie Nasenbluten. Und ich habe auch nie was gebrochen. Das hätte ich bei dir zum Beispiel auch gedacht. Dass ich mir was gebrochen habe? Ja. Nö. So irgendwie mal Spein. Nö. Fuß mal. Fuß mal. Nee, nee. Ich habe noch nie Nasenbluten gehabt. Ich glaube, das wissen, glaube ich, viele nicht. Aber stark. Klar. Dann heißt es, dass du cardinal so ziemlich gut drauf bist eigentlich. Ja, ja. Nicht schlecht, Felix. Kardiovaskulär und so Sachen. Und so Sachen und solche Dinge, nicht? Und solche Geschichten. Was war dir mal richtig unangenehm? Was war mir richtig unangenehm? Gibt es das vielleicht in deiner Influencer-Karriere, wo du sagst, boah, Alter. Das war cringe. Vielleicht deine ersten Twitch-Nachrichten bei uns im Chat? Nee, das geht alles noch. Im Nachhinein ja, aber so in dem Zeitpunkt nicht. Ist auch funny eigentlich. Ist auch süß. Nee, was war mir richtig unangenehm? Ich weiß es nicht mehr. Boah, nee. Das Lockie-Incident? Lockie-Incident? Wo wir davon nehmen... Nee, war mir auch nicht unangenehm. Das war voll geil. Ja. Was war mir unangenehm? Ja, doch, eine Sache. Es war cringe. Da waren wir mit Ronny Berger, waren wir IHL-Stream von einer Corona-Demo. Von einer Corona-Demo. Und wir haben die Leute da die ganze Zeit gemockt. Und relativ am Ende, kurz nach dem Clip, was ist eine Impfung, kam so ein anderer Reichsbürger-Idiot so auf uns zu und hat so gesagt, was macht ihr hier eigentlich mit dem... Ihr streamt das hier und macht euch über die Leute lustig und ihr habt doch gar keine Ahnung. Die Impfung ist doch... Das ist doch alles nicht richtig und es wird doch alles kontrolliert und ihr werdet noch sehen und ihr werdet noch sehen und was ihr hier macht, ist Kinderkacke. Und zu dem Zeitpunkt, Digga, so voller Übermut, so, dass ich da irgendwie streame und in Köln bin, meinte ich so, ja, wir verdienen halt hier mit scheiße viel Geld, was machst du? Und das ist halt super cringe. Ja, ja, check, 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 check. Okay, okay, okay. Boah, das ist eine honest Antwort. Ja. Ich respektiere das, Felix. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich ja nicht mal viel Geld verdient. Weil ich war einfach nur cool gegenüber dem Typ, das war nicht cool. Nee. Okay, was hasst du? Was ist richtig scheiße? Was ich hasse? Ja. Boah. Naja, Spinn. Spinn, ey, bist du kein Überlegung? Ich überlege mir eine Spinne zu tätowieren am Dienstag, weil ich halt Arachnophobie habe, damit ich die immer habe. Aber es ist ein Gag. Ist geil. Ist cool. Boah, was hasse ich? Ich hasse... Ja, ich... Ich hasse Ingwer-Shots. Ingwer-Shots? Ja. Ja, ist auch nicht so mein Thema. Die hasse ich. Schaut die Thema Ingwer-Shots? Ist das bei denen? Nee, ne? Ich glaube, ich glaube auch... Ja, L-Tech. Und ich glaube, das ist auch so... Das... Wisst ihr was? Ja, wahr. Meine Hose ist irgendwie dreckig. Ich glaube, mein Buch ist dreckig. Obwohl es auf dem Boden lag. Oh nein. Ih, hä? Wer ist er denn? Ein Stück Kohle. Und, ähm... Nee, ich glaube... Ingwer-Shot ist auch erst so... Ab einem bestimmten Einkommen. Ja. Ich glaube, wenn man so gut betunen, ist dann auch, dass ich so Ingwer-Shot. Nee, Ludwig bringt mir immer einen mit, weil er weiß, dass ich die hasse. Muss ich auch immer trinken. L-Ludwig? L-Lawig. L-Lawig. L-Lawig L-Lawig-Lawig-Lawig. So geil. Also, Ingwer-Shots. Was magst du sehr gerne? Ähm... Henke. Ja, Henke natürlich. Klar. Was mag ich sehr gerne? Ich mag sehr gerne, gut zu riechen. Oh, geil. Du riechst wirklich immer gut, Felix. Danke, Freund. Du riechst wirklich immer gut. Das mag ich. Und ich mag, ähm... Ich mag Nudeln mit Tomatensauce, mag ich auch sehr. True, das ist dein Signature-Food eigentlich. Ich mag Italien, obwohl ich noch nie da war. Ich habe eine gewisse Verbundenheit mit... Ey, wir müssen eigentlich mal nach Italien fahren. Ich liebe... Ich habe letztens... Das ist kein Scheiß. Ich habe in Midjourney, dieses AI-Ding von Discord und so weiter... Ich habe da einfach ganz, ganz viele Bilder aus... Toskana-Bilder. Ich habe einfach eingegeben, Restaurant in Italy, Night, Decent Lights. Voll geil. Und auf einmal kamen da so tausend Sachen. Ich habe es einfach angeguckt und dachte mir so... Ja, Mann. Da jetzt zu sitzen, in Shorts mit Sonnenbrille in einem T-Shirt und da mit Henke, meinem guten Freund Henke, da in eine Pizza mir rein zu essen. Oh, das ist ja so geil. Und da einfach zu chillen, dass... Ich mag Italien, ich mag Italien einfach. Ey, ich war beispielsweise erst vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren das erste Mal in Italien. Boah, das ist genauso. Warst du da schon? Ja, ja. Das ist genauso, wie man sich vorstellt. Das ist geil. Das ist auch nicht so weit. Ich habe auch noch nicht so viel vor Italien gesehen. Ich war noch nicht irgendwie in den Städten oder so. Ich glaube, die kleineren Orten sind geiler. Nachts da rumlaufen. Wir müssen das bitte mal machen, wirklich jetzt. Wir zwei mal schön nach Florenz? Ja. Oder? Ja. Nehmen wir Yaki-Maki-Daki mit? Ja. Und wir müssen nach... Einfach Toskana mal rein. Einfach wirklich... Yaki-Daki-Taki-Taki-Taki-Taki? Bitte, wir müssen. Ey, das wäre eigentlich... Taki-Maki? Maki-Taki-Taki-Taki? Job-Dark-Mock-Dark-Mock. Job-Mauk-Durken? Digga. Wilde-Error auch. Ey, eigentlich müssten wir das mal anpeilen. Ja. Müssen wir wirklich. Schaffen wir es doch dieses Jahr? Bestimmt. Muss halt da streamen können irgendwie. Ey, wie wäre es eigentlich... Ich fände es geil, wenn wir immer so eine Tour machen würden. Eine Stream-Tour. Mhm. Ja. Wir machen die Edeltouren geil. Wir machen die, äh, wir müssen uns noch einen Namen überlegen. Ja. Boah, das wird ein Bruder und dann unterwegs mobiles Setup und überall Mucke machen. Ja. Dann machen wir unser Touralbum. Die Ekel-Tour. Die Ekel-Tour. Die Ekel-Tour. Und wir machen nur, wir essen einfach den ganzen Tag. Die Ekel-Tour. Und dann mit so einem muchtigen, mit so einem ekelhaften Mochen. Wir fahren mit so diesem Crack-Meth-Van rum von Breaking Bad. Ja, safe, safe, safe. Doch, das Ahn, das finde ich gut. Was ist deine Lieblingsbeleidigung? Bastard. Wirklich? Kleiner Bastard. Ist schön, ja. Kleiner Bastard. Bastard hat mir noch nichts, es ist knallt. Ja. Kleiner Bastard. Ist geil, ist süß auch. Ja. Gibt es noch mehr? Du hast viel auf Lager. Schwanz. Hurensohn ist halt so ein Basic-Ding, aber eigentlich auch nicht cool. Ja. Der sieht ein bisschen aus wie ein Mango. Aber wie ein krass gepumpter Mango. Der kommt doch gerade vom Sport. Klar. Hurensohn, ja, auch. Aber... Geht halt locker von der Zunge aus. Weißt du, was auch geil ist? Ne? Kleiner Nutten. Kleiner Nutten. Ja, ist gut. Das ist geil. Guck mal, das ist jetzt interessant, weil ich weiß gar nicht... Hast du da schon mal drüber geredet? Das würdest du jetzt machen, wenn du nicht den Weg gegangen wärst des Contact Credit? Das haben wir ja vorhin so ein bisschen durchgequatscht. Wahrscheinlich abhängen. Abhängen? Von der Decke. Oder wärst du Student jetzt? Ja. Ja. Ich würde irgendwas studieren. Glaube ich. Ja genau, wenn ich den Weg vom Contact Credit nicht gegangen wäre, würde ich jetzt irgendwas studieren. Oder wahrscheinlich irgendwas in Schauspielrichtung machen. Schauspiel? Schuhspiele? Ja. Ich meine, wir kommen ja da in eine Richtung Babelsberg und so weiter. Wenn ich da studiert hätte, Filmpark sowieso. Irgendwas mit Schauspieler, glaube ich, ja. Hast du einen aktuellen Lieblingssong? Äh, ja, Schmetterling von Baby Bands. Geil. Ja. Aber ansonsten legit, gerade was ich wieder rauf und runter höre, ist von Safri Duo. Äh, nein. Ja, das hast du mir vorhin eingemacht. Weißt du, wie es heißt? Wie hieß das denn? Wie hieß das denn? Played Alive. Played Alive? Oder Playing Alive? Check mal kurz. Ich glaube, es heißt Played Alive. Safri Duo? Ja, Played Alive. Digga, Shoutouts, Shoutouts. Ich dachte ganz lange, dass die Safari Duo heißen. Und das Ding ist, es gibt ein Video, das ist vor 15 Jahren auf YouTube hochgeladen worden. 2007. Das war ein Video, GTA Stunts. Und da ist dieses Lied gespielt. Und seitdem kenne ich das halt. Ist drin. Und ich habe das halt mit 6, habe ich mir GTA Stunts angeguckt. Deswegen hat das auch für mich so diesen gewissen Y2K. Okay, okay. Verstehe. 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 Aber mein Alltime Lieblingssong, und das muss ich immer wieder sagen. Sorry. Nee. Easy Lover von Phil Collins. Boah, ja. Stimmt. Und Philip Bailey. Das ist geil. Phil. Phil. Äh. Das ist auf jeden Fall Bailey. Ja, Philip Bailey. Philip Bailey? Ist der Philip? Gucken wir auch nach. Wieso haben wir denn dieses Endgerät? Ich habe irgendwie einen anderen Vornamen im Kopf. Ich habe irgendwie einen anderen Vornamen im Kopf. Philip Bailey. Philip Bailey? Okay. Ich bin's. She's an easy love. Pass auf. Das letzte aus dem Kornerbuch. Was ist deine Weisheit an die Welt, Felix? Meine Weisheit an die Welt? Ja. Na und. Junge, das ist geil. Das ist eine geile Antwort. Und Na und ist auch wirklich eine Weisheit. Das ist halt gemimt. Aber vor zwei Wochen hatte ich noch gesagt, ich lasse mir niemals was auf mein irgendwo hin tätowieren. Ich lasse mir nie was tätowieren, weil ich damit nicht klarkomme. Und zack. Ich habe mir Na und tätowieren lassen. Einfach aufs Bein. Und weißt du, warum du es gemacht hast? Oder hast du gesagt? Na und? Na und? Völlig egal. Und ich bin auch geflogen dieses Jahr. Das ist so dieses Ängstüberwinden. Ja. Einfach, na und? Und? Also wenn ich abstürze, ja. Nicht geil, aber na und? Ich muss ja irgendwie mal was sehen von der Welt. Juckt. Also na und ist wirklich... Und wie ich das aber wirklich meine ist, Leute machen immer einen Hehl daraus aus Sachen, die rational eigentlich gar nicht so schlimm sind. Ja. Ihr fallt mit dem Fahrrad hin und kratzt euch das Bein auf. Und dann kann man jetzt den ganzen Tag... Oder nee, was potenziell wirklich scheiße ist. Mhm. Ihr baut jetzt einen Unfall mit einem Auto. Ja. Ihr habt aber da seid Vollkasko versichert. Und ihr fahrt einfach irgendwo gegen. Mhm. Ihr fahrt irgendwas gegen und euer Auto ist ein bisschen kaputt. Ihr müsst in die Werkstatt. Dann ist das halt irgendwie Leben. Und du kannst jetzt halt theoretisch dann hysterisch deine Eltern anrufen und weinen und sagen, Mama, Mama, ich hab mein Auto gegen gefahren und was ist jetzt Drama und nein und nein. Und wenn du es ganz rational siehst, atmest du einfach kurz durch. Puh. Ja, na und? Weil ändern kannst du eh nichts. Ja. Das bringt nichts zu lamentieren. Ganz rational hast du halt einen Unfall gebaut. Na und? Ja. Und selbst wenn du dir was brichst. Ja, ich hab mir noch nie was gebrochen. Ich kann es jetzt nicht krass nachmachen. Aber du brichst dir einfach irgendwie, du brichst dir den Fuß oder verknackst ihn dir. Ist scheiße. Aber wechsel wieder zusammen, na und? Ja, na und? Na und? Ist halt so. Na und? Kannst ja nichts machen. Du hast eine 5 in der Prüfung. Na und? Na und? Juckt utopisch. Juckt. Felix. Juckt utopisch. Juckt utopisch. Juckt utopisch. Damit beenden wir tatsächlich die bislang längste Corner-Folge. Die wahrscheinlich längste Praline der Welt. Du hast die längste Praline der Welt in der Hose, mein Freund. Ich weiß. Ey, ich muss sagen, ich fand sie sehr sehr geil, die Folge. Ja. War sehr schön, dass du dabei warst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Klar. Bester Freund? Nein. Zweitbester Freund. Zweitbester Freund. Kriege ich ein Tossi? Ja. Ja. Schön toll. Wie heißt du schön? Ich liebe. Ja. Felix, vielen Dank fürs dabei sein. Klar. Wenn ihr den ganzen Bums hören wollt, könnt ihr das auf Spotify, Apple und sämtlichen Podcast-Plattformen und natürlich auch auf YouTube. Man kann sich alles angucken. Diese ganze wunderbare Bewegtbild-Produktion. Checkt Philo aus. Checkt Philos Mucke aus. Unbedingt. Krasseste Atze. Geht mies nach vorne. Habs nötig. Kann ich nur eine dicke empfehlen. Du hast es nicht nötig. Gib mir Geld. Du verdienst mehr als ich. Nein. Du bist jünger und verdienst mehr als ich. Nein. Mir geht's schlecht. Nein. Ich bin früher in Wanderer. Ich bin Wanderer. Ja und ich geh dann jetzt ins Jobcenter Frührente anmelden. Freunde, wir sehen uns. Bis dahin macht's gut. Aus der Corner. Tschüssi. 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 Tschüssi.